Hallo, ich bin Greta von Richthofen. Ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin und gerade für ein Stipendium in Bordeaux. Wenn ihr sehen wollt, was ich hier in Frankreich gezeichnet habe, schaut gerne auf der Seite vorbei, amhafen.net. Dort könnt ihr euch mein Projekt online ansehen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker! Herzlich willkommen zu den Comic-Cookies, eurem freundlichen Comic-Podcast aus der Nachbarschaft. Das ist Folge 108. Mein Name ist Andi und mit mir wieder dabei die üblichen Verdächtigen. Einer davon heißt Patrick. Servus, Patrick. Hi! Dann ist noch der andere Andi mit dabei. Servus, Andi. Moinsen! Und der Original-Cookie Breedstorm ist auch dabei. Hi, Breedstorm. Na, ihr Lauser? Ihr seht, Breedstorm ist in einer Laune, in einer gewissen. Mir fällt jetzt ja kein spannendes Wort dafür ein. Ich weiß schon, welche Comics er vorstellen wird. Vielleicht macht ihn das ein bisschen wuschig. Das werdet ihr dann gleich noch erfahren. Wir haben heute wieder ein straffes Programm. Wir werden wie immer pro Person zwei Comics vorstellen. Und dann haben wir noch einen, den wir alle gemeinsam vorbereitet haben, weil wir heute das mal ein bisschen auflockern wollen. In dem Sinne, dass wir eben ein gemeinsames Thema auch besprechen können. Nicht, dass jeder Einzelne immer nur irgendwie einen Comic vorstellt, den die anderen vielleicht kennen, aber vielleicht eben auch nicht kennen. Und dann entsprechend auch wenig dazu sagen können. Und dann haben wir uns gedacht, wir werden jetzt mal schauen, dass wir jetzt auch öfter mal Themen gemeinsam vorbereiten, um eben auch ein bisschen eine Gruppendiskussion dann auch stattfinden zu lassen. Das probieren wir jetzt heute mal aus mit einem bestimmten Comic. Und das wird nämlich sein A Fraction of Time von Lisa Frübeis. Und jetzt frage ich erst mal ab, welche Comics wir so einzeln noch vorstellen wollen. Und zwar fangen wir an beim Patrick. Welche zwei hast du heute dabei? Ich habe von Splitter die Geschichte der Science Fiction von Xavier Dolo und Jibril Morisette Fahn. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und von Vertigo von Scott Snyder und John Murphy, The Wake. Breedson, was hast du dabei? Ich werde vorstellen The Playboy von Chester Brown und Peepshow von Joe Matt oder wie ich es nenne, das große Onani Special. Ja, also vielleicht müssen wir irgendwie noch einen Disclaimer vor die Folge machen, dass man es ab 22 Uhr hören darf oder so. Andi, was hast du heute dabei? Ich rede über Vogelschiss, die Graphic Novel gegen rechts vom Guano Project. Und dann endlich mal was Franco-Belgisches von meiner Seite aus, der aktuelle Asterix und der Greif. Du hast also ein Vogel-Double-Feature. Stimmt. Ja, verrückt. Ich habe dabei ein Manga-Kurzgeschichtenband von Gosho Aoyama, dem Schöpfer von Detektiv Conan. Und dann eine Neil Gaiman-Adaption Snowglass Apples von Colleen Doran. Bevor wir einsteigen in die Comic-Besprechungen, frage ich erstmal in die Runde, wir haben das nämlich vorher gar nicht besprochen, hat irgendwer von euch irgendein noch ein anderes Thema, das er vorher irgendwie erwähnen möchte? Oder habe ich irgendwas vergessen in unserem Intro, was ihr genannt haben wollt? Und dann spreche ich jetzt. Tatsächlich würde ich gerne nochmal kurz einen Veranstaltungshinweis droppen, denn Ende November, und diese Ausgabe hier erscheint hoffentlich noch vorher, ist in Stuttgart wieder die Comic-Con. Die Comic-Con Germany findet statt und diesmal natürlich unter ganz besonderen Voraussetzungen. Wir wissen alle nicht so genau, wie es alles so sein wird. Es wird klein, aber fein. Und wer Bock hat, sollte sich unbedingt mal angucken, was da an Programmen geboten wird. Unter anderem gibt es zwei total tolle Comic-Panels auf der Bühne. Die werden super hochkarätig werden. Und es geht einmal um das Schreiben, kreatives Schreiben, wie funktioniert das eigentlich? Und es geht um Comics-Zeichnen, Tipps und Tricks von den Profis. Dafür habe ich ein paar Leute zusammengetrommelt, setze mich da auf die Bühne und erzähle Dinge. Und wer Bock hat, kann sich das auf jeden Fall angucken. Ich hoffe, sie findet statt, die Veranstaltung, gegebenenfalls auch unter 2G-Plus-Bedingungen. Und ich hoffe auch, euch dort zu treffen. Kannst du, schrägstrich, willst du schon sagen, wen du da so mit auf der Bühne hast? Na klar und super gut vorbereitet, wie ich nun mal bin. Also pass mal auf, das werden auf jeden Fall sein der Sascha Dörp und die Sabrina Schmatz. Beide kennt man ja auch als wirklich sehr umtriebige Comic-Zeichnende. Mit denen unterhalte ich mich eben über die Frage, wie man eigentlich kreative Geschichten schreibt. Was muss man machen, um sie neu wirken zu lassen? Was will auf der anderen Seite aber auch das Publikum lesen, was wir dann letztlich ja auch kaufen? Das Ganze könnt ihr mitbekommen, wenn alles klappt, am Samstag um 15.15 Uhr, 45 Minuten lang, kreative Comic-Stories. Wie schreibt man? Gute Comics ist das Thema. Und dann am Sonntag um 13 Uhr, ebenfalls 45 Minuten, Comics-Zeichen und Tipps und Tricks von den Profis. Zusammen mit Jens Kasper, Andreas Papelitzki und Roxane Kressin. Drei wirklich ganz tolle Comic-KünstlerInnen. Sehr gut, also wer da Zeit hat, Lust hat und die Möglichkeit hat, auch reinzugehen, soll das mal machen und viel Spaß haben. Das klingt nach einer guten Sache und es gab ja in letzter Zeit nicht so viele Veranstaltungen dieser Art. Von daher, wer sich zutraut. Wir hoffen alle auf nächstes Jahr. Cool, dann lasst uns in Medias Res gehen und ein paar Comics besprechen. Ich würde sagen, wir machen das Lisa-Frühbers-Thema am Ende als Abschlussdiskussion. Und ich bin heute mal egoistisch und fange einfach selber an. Es ist bei uns selten, dass der Moderator selber anfängt, aber ich mache das heute einfach mal. Und zwar als erstes mit einem Manga-Band, erschienen bei Manga Egmont. Das Ganze heißt, Detektiv Conan präsentiert Gosho Aoyama Short Stories. Detektiv Conan steht da auf dem Cover, aber eigentlich nur, um zu sagen, dass dieser Band vom Schöpfer von Detektiv Conan ist. Denn die Geschichten, die darin enthalten sind, sind nicht mit Detektiv Conan. Die meisten Geschichten davon sind auch lange, zumindest mehrere Jahre, vor Detektiv Conan überhaupt entstanden. Der Band ist in Deutschland erschienen 2015, in Japan 2011 bei Shogokukan. Und es gibt aber auch eine ältere Version in Japan, wo, ich glaube, ein oder zwei Geschichten weniger drin sind. Ich meine, die ist schon aus den 90ern oder so. Und dann gab es eben nochmal eine Neuauflage mit neueren Geschichten, wo irgendwie eine Geschichte von 2007 oder so nochmal mit drin ist. Aber die einzelnen anderen Geschichten sind hauptsächlich so aus den 80ern, von 1988. Und Detektiv Conan ist erst 1994 das erste Mal erschienen. Frage ich erst mal direkt in die Runde. Fangen wir mal beim Andi an. Detektiv Conan, du hast es bestimmt schon mal gehört, aber hast du schon mal irgendwie eine Folge vom Anime gesehen oder davon schon was gelesen? Wie gut kennst du Detektiv Conan? Vor einigen Jahren, als ich überhaupt noch Fernsehen in dem Sinne geguckt habe, habe ich tatsächlich die eine oder andere Folge gesehen. Und jetzt weiß der eine oder andere ja auch, der Patrick zum Beispiel, dass wir ja noch beim Tele-Stammtisch auch Filmkritiken machen im großen Stil. Und deswegen kriege ich immer mit, wenn da mal wieder ein neuer Detektiv Conan-Film in die Kinos kommt. Und das sind nicht irgendwie so drei, vier. Das geht so in den 20er, 30er-Bereich in der Anzahl der Filme. Das ist schon krass. Und ich weiß, dass es ein riesen Franchise ist, das wirklich also in Japan natürlich mega durchgestartet ist. Das, ich glaube, international auch Erfolge hat. Das an Größe nicht zu unterschätzen ist. Und das ist exakt alles, was ich weiß. Ich fand es immer ganz fluffig. Auch gut geschrieben. Ich kenne aber wirklich nicht die Mangas. Ich kenne nur die Anime-Serie. Ja. Breedstorm, Detektiv Conan, bei dir schon mal vorbeigekommen? Ja, also ich sehe Bilder und weiß, was es ist, aber es reizt mich so überhaupt nicht. Ja. Und Patrick, wie schaut es bei dir aus? Mich reizt Detektiv Conan leider auch nicht so sehr, aber ich bin immer wieder öfter auch durch einen Lupin-Crossover mit ihnen in Berührung gekommen. Aber ja. Also ihr kennt auf jeden Fall alle die Figur. Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil, wie Andi schon gesagt hat, es ist wirklich ein riesen Franchise. Wie gesagt, läuft es seit 1994, läuft immer noch. Es sind irgendwie über 100 Bände, über 1000 Folgen. Irgendwie am Ende von dieser TV-Serie, von denen nur, weiß nicht, 300 oder 400 es überhaupt nach Deutschland geschafft haben. Also seit vielen Jahren gibt es gar keine neuen Folgen in Deutschland, die nicht übersetzt worden sind und so. Meine Frau und ich, wir waren 2019 in Anführungsstrichen Conan Town. Ich habe jetzt leider gar nicht mehr nachgeschaut, wie der Ort wirklich heißt. Das ist der Geburtsort von Gosho Aoyama. Das ist ein recht kleiner Ort, irgendwo mitten in der Pampa, wo nichts ist, außer dass dort halt Gosho Aoyama geboren ist. Und dementsprechend gibt es dort ein Museum, ein Gosho Aoyama-Museum. Es gibt an der Bahnstation, was also nicht ein kleiner Bahnhof ist, also eigentlich nur so eine Ticketverkaufsstelle, aber auch da ist schon so ein kleiner Merchandising-Shop drin. Und wenn man dann in den Ort reingeht, ist mitten im Ort irgendwie noch ein Merch-Shop und ein Café. Und wenn man dann noch weitergeht, kommt man irgendwann auch zu dem Museum. Und in dem ganzen Ort stehen Figuren rum, so in Lebensgröße quasi und Dekorationen und so. Also der ganze Ort ist so ein bisschen auf Detektiv Conan gemacht. Und da waren wir eben, sind da einige Stunden mit dem Zug gefahren, um da hinzukommen und waren in diesem Museum. Und das war ganz cool. Also ich kenne Detektiv Conan auch hauptsächlich über Bianca. Die mag das sehr gerne. Und ich habe selber auch nur ein paar Folgen von der Serie gesehen. Und ab und zu haben wir schon mal so einen Film angeschaut. Von dem Manga habe ich auch selber nichts gelesen. Aber was mir eben tatsächlich in diesem Museum gut gefallen hat, waren diese Kurzgeschichten. Da war der ganze Werdegang von Gosho Aoyama eben präsentiert. Und da habe ich auch diese Kurzgeschichten mitbekommen. Und ich mochte so den Zeichenstil, mochte ich ihm schon gerne. Und ich gucke auch ganz gerne mal so eine Folge Conan. Es ist natürlich sehr, ja, es ist halt immer so Fall der Woche. Gibt ja jetzt auch keine großartige Entwicklung. Also es gibt schon Entwicklungen, aber es ist halt dieser Detektiv, der klein ist. Der seit 20 Jahren klein ist. Und Fälle löst. Genau. Aber ich habe auch neulich schon gesagt, der wird halt auch nie wieder erwachsen werden. Aber ist auch egal. Jedenfalls fand ich es schon ganz drollig. Und dachte mir dann so, diese Kurzgeschichten, das schaue ich mir mal an. Ich mag den Zeichenstil ganz gerne. Und dann hole ich mir mal diesen Band. Also die Kurzgeschichten. Wie gesagt, sind älter als Detektiv Conan. Für Conan-Experten. Die finden da anscheinend schon einige so Geschichten oder Figuren angelegt, die dann später bei Detektiv Conan nochmal verwertet werden oder ein bisschen anders interpretiert werden. Also so frühe Ideen. Da bin ich jetzt nicht tief genug drin. Das kann man nachlesen. Es sind insgesamt, also auf dem Band steht sieben Kurzgeschichten drin. Man könnte, wenn man anders zählt, auch sagen, es sind neun Kurzgeschichten drin. Denn die ersten drei sind hier jetzt quasi als einige, zählt, aber eigentlich sind es drei Kurzgeschichten. Und da geht es um P.I. George in kleiner Detektiv, ganz groß. Also da geht es um einen kleinen Detektiv, aber jetzt nicht im Sinne von Detektiv Conan, wo ein Teenager verjüngt wird in ein Kind, sondern hier geht es tatsächlich um einen eigentlich erwachsenen Detektiv, der aber sehr, sehr klein ist. Also wie ein Däumling. Also eigentlich wäre es so eine Actionfigurgröße, so wie so eine Barbie-Puppe vielleicht. Aber es ist ein Detektiv halt so und existiert einfach in dieser kleinen Version. Und es wird in dieser Geschichten auch nicht erklärt, warum das so ist. Und man merkt schon, das ist natürlich eher eine humorige Prämisse. Und Detektiv Conan ist ja jetzt auch eher schon so ein bisschen nicht so ernste Angelegenheit, auch wenn es da schon manchmal auch hergeht. Genau. Und er erlebt halt dann diese drei Kurzgeschichten, so Abenteuer, lustige, die halt irgendwie auch ein bisschen damit spielen, dass er eben klein ist. In einer ist er zum Beispiel im Kühlschrank gefangen und kämpft gegen eine Schabe. So auf der Ebene bewegen wir uns da so ungefähr. Dann gibt es eine Geschichte, da geht es um ein Mädchen und ihren Großvater. Die liegen so ein bisschen im Clinch und er ist noch so ein bisschen alter, traditioneller Japaner Schwertkämpfer und sie lernt das auch so von ihm, aber trotzdem streiten die sich. Und dann der Großvater, auch hier gibt es zum Beispiel so ein Verjüngungselement, verjüngt sich dann eben auch in einen Teenager-Jungen und der setzt sich dann für sie ein und sie freuen sich irgendwie an. Und quasi so ein Bonding-Moment zwischen Großvater und Enkelin, wobei sie gar nicht weiß, dass er der Großvater ist. Also da ist auch die Auflösung dann so ein bisschen, ja gut, sie weiß das jetzt einfach gar nicht. Der Großvater wird dann auch wieder der Großvater, aber es gibt da jetzt keinen großen Versöhnungsmoment am Ende. Dann gibt es eine Geschichte, die nennt sich Excalibur, wie der Name schon sagt. Das ist eine Artus-Variante im Baseball. Da gibt es auch so Kinderteams, die Baseball gegeneinander spielen und auf dem Baseballfeld ist ein Baseballschläger so im Boden vergraben, um dem sich eine Legende rankt, dass der von irgendeinem tollen Spieler dort irgendwie mal versenkt worden ist. Und ein Mädchen versucht dann während des Spiels diesen Schläger da irgendwie rauszukriegen und das klappt dann auch irgendwann und damit kann sie dann auch irgendwie toll in dem Spiel dann irgendwie auftrumpfen. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Also diese Geschichten sind halt einfach immer so kleine, flockige Kurzgeschichten, die aber sonst so miteinander eben auch nichts zu tun haben. Es ist halt einfach eine Sammlung von Kurzgeschichten, die Gosho Ayamo wahrscheinlich mal für irgendwelche Zeitschriften halt gemacht hat und dann bringt man sowas halt in einem Sammelband zusammen raus. Dann gibt es noch eine Geschichte um einen Jungen, der sich aus Versehen in einen Satelliten einhackt, der die Erde zerstören könnte und wie das dann aufgelöst werden muss, noch kombiniert mit einer Liebesgeschichte. Dann gibt es eine Geschichte um Zeitreisen, also auch wieder ein Junge an der Schule, der eine Zeitmaschine erfindet, mit dem dann seine Angebetete irgendwie zwei Jahre in die Zukunft reist und dann muss er zwei Jahre warten, um sie wieder zu treffen und so und dann eine Geschichte um einen, also es kommt wie eine Detektivgeschichte daher, am Ende stellt sich es dann raus, dass es eigentlich ein Rollenspiel ist zwischen ihm und seiner Frau oder Freundin. Sie gibt ihm nur so vage Tipps, also die ersten paar Seiten denkt man eben, er löst einen Fall anhand von vagen Informationen, die er hat, findet er eben raus, wo er hin muss und die Auflösung ist dann, dass sie im Kino auf ihn wartet und dass irgendwie so ein Rollenspielding zwischen den beiden ist, dass er eben anhand von so wenigen Informationen herausfinden muss, wo sie sich an dem Abend für ihr Date treffen und letzte Geschichte ist dann noch so, nur ganz wenige Seiten, um ein Mädchen das erkennen kann, wenn Menschen lügen und was sie eigentlich im Inneren so sagen wollen. Also es ist jetzt, wie gesagt, kein Riesending, es ist ganz nett für Conan-Fans und Komplettisten, für Gosho Aoyama-Komplettisten, die haben das wahrscheinlich auch schon, vielleicht auch für eine jüngere Leserschaft, ganz interessant. Es ist jetzt keine Riesenempfehlung von mir, es ist jetzt kein Band, dem ich jetzt zwingend jedem in die Hand drücken würde. Ich glaube, da muss man schon ein gewisses Interesse an Gosho Aoyama mitbringen, dass man den gutieren kann. Ja, ist so ein okayes Bändchen, wenn man eben schon einen gewissen Zugang dazu hat. So ein bisschen, ja, keine besonders aufregende Besprechung jetzt, aber solche Bände gibt es halt auch, die einfach irgendwie okay sind für eine gewisse Leserschaft. Ihr habt ja jetzt schon euer Zugang oder Nicht-Zugang zu Detektiv Conan erwähnt, deswegen brauche ich wahrscheinlich auch gar nicht große Nachfragen, ob euch der Band interessiert, wenn ich den jetzt eh schon nicht so wild anpreise. Tatsächlich hätte ich aber noch Fragen. Ja, gerne. Mich würde zum einen mal interessieren, der Typ ist ja offensichtlich sau-mega-duper-krass erfolgreich, ähnlich wie der Typ, der auch Dragon Ball und tausend andere Serien erfunden hat, mit denen er auch schon mega abgegangen ist. Ihr habt ja auch diese Besprechung gehabt hier zu Dr. Slump. Das ist ja auch dieser Dragon Ball-Typ, ne? Ja. Richtig. Danke. So, und das ist also der nächste Typ, der mega krass Erfolg hatte und so. Was ist denn jetzt das Besondere an seinen Geschichten? Warum ist gerade das so mega erfolgreich? Hat er einfach Glück gehabt oder woran liegt das? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die Detective Conan-Bände sind auch wirklich in diverse Sprachen übersetzt. Also sieht man auch in dem Museum, gibt es da noch so eine Karte, wo Detective Conan überall erscheint und dann auch Ausgaben eben aus den verschiedenen Ländern und so. Ja, keine Ahnung. Es ist also wahrscheinlich zum einen eben, dass es so ein episodenhaftes Ding ist, also dass man da auch jederzeit einsteigen kann, auch nach 20 Jahren noch, weil man eben kein großes Vorwissen braucht, um der Geschichte zu folgen. Dann, weiß ich nicht, dass es einfach für Kinder schön zu lesen ist wahrscheinlich. Das ist irgendwie, ja, so Detektivgeschichten gehen ja häufig ganz gut. Es ist ja ein beliebtes Genre. Aber so richtig erklären kann ich es dir auch nicht. Aber das kann man ja bei vielen solchen Phänomenen nicht, was genau da den Zeitgeist trifft oder die Fangemeinde trifft. Und also warum der besser ist als andere, da kenne ich jetzt dann auch das Umfeld nicht gut genug, um das jetzt dann mit anderen Reihen irgendwie vergleichen zu können. Ich kann auch nur feststellen, es ist tatsächlich sehr erfolgreich. Und diese Filme, ich habe es ja schon angesprochen, die kriegen ja dann häufig auch wirklich eine Kino, also Kinoauswertung in dem Sinne, dass es dann so ein paar Sondervorstellungen gibt. Die kommen jetzt nicht regulär normalerweise ins Programm. Aber bei uns jetzt hier zum Beispiel in Nürnberg gibt es dann schon immer ein, zwei Vorstellungen oder so, wenn ein neuer Conan-Film rauskommt. Und dann eben entsprechend auf Scheibe oder eben online zu kaufen, zu leihen. Ja, keine Ahnung. Es funktioniert einfach. Es ist halt ein ganz drolliges Kerlchen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du ja letztlich sagst, es sind ganz viele Kurzgeschichten. Und das ist ja so ein bisschen auch dieses Anthologie-Ding, auf das ich total stehe. Ich habe so den Eindruck, wenn die eine Geschichte jetzt mal total bescheuert ist, nämlich der Kampf gegen die Assel, dann ist vielleicht die nächste Geschichte mit diesen Dingen, wo er den Ort seines Dates rausbekommen muss, vielleicht ein bisschen spannender. Und kann man das so sagen, dass da innerhalb der Geschichten genug Abwechslung ist, dass man zum Beispiel gerade für Leute, die eben noch nicht so den Manga-Einstieg gefunden haben, dass die vielleicht da irgendwas sehen könnten? Also die sind schon unterschiedlich, die Geschichten. Allein schon dadurch, dass eben auch die Figuren ja komplett unterschiedlich sind. Also du hast ja eben nur diese ersten drei, wo es um diesen kleinen Detektiv geht und die anderen sind immer ganz andere Figuren. Sie sind jetzt nicht extrem unterschiedlich, was so die Tonalität angeht. Also sprich, es ist jetzt nicht so, dass da eine Geschichte für Kinder und eine total brutale für Erwachsene drin wäre oder so. Also das ist schon so für eine Leserschaft ungefähr, kann man sagen. Und es ist natürlich eben auch von einem Schöpfer. Also das ist ja bei solchen Anthologien dann auch immer was, was man noch mitbedenken muss, habe ich jetzt einen Band, wo Geschichten von einem Menschen drin sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Prosa-Kurzgeschichten ausgehe, ist es also eine Sammlung mit Stephen King-Kurzgeschichten oder ist es eben eine Sammlung, wo jede Geschichte von einem anderen Menschen ist. Und hier haben wir ja nun mal nur Gosho Aoyama. Und die Geschichten sind auch alle, also fast alle aus einem ähnlichen Zeitraum. Also auch hier kann man jetzt nicht sagen, okay, jetzt habe ich eine Geschichte aus den 60ern und dann aus den 70ern und dann aus den 80ern und ich kann jetzt irgendwie groß seinen Werdegang irgendwie daran nachvollziehen. Die meisten Geschichten sind halt so rund um 88. Ich glaube, seit Detektiv Conan hat er eben wahrscheinlich auch nicht viel anderes mehr gemacht. Er hat auch vor Detektiv Conan nochmal so eine andere Serie gehabt, deren Name ich jetzt nicht parat habe, wo es irgendwie auch um so einen kleinen Samurai geht, die, glaube ich, auch aktuell in Deutschland nicht aufgelegt wird. Also die Geschichten, ja, sind schon unterschiedlich und mir haben auch manche besser gefallen als andere. Manche fand ich auch ein bisschen wirr erzählt, wo ich jetzt nicht immer sofort mitgekommen bin, was da jetzt tatsächlich so gerade passiert. Aber es ist jetzt eben nicht so, wie wenn die Geschichten von ganz unterschiedlichen Menschen sind, dass sich dann eben auch der Zeichenstil irgendwie ändern würde. Ich habe ja beim letzten Mal Batman The World vorgestellt, wo man dann halt eben auch sagen kann, ja gut, die eine Geschichte hat mir jetzt nicht gefallen, aber bei der nächsten, die jemand anders geschrieben hat, jemand anders gezeichnet hat, hat mich dann wieder mehr angesprochen oder so. Also das sieht halt schon nach Gosho Aoyama aus. Also das ändert sich halt jetzt auch nicht großartig dann in dem Band. Und von daher, also wenn man Gosho Aoyama nicht mag, dann wird man auch jetzt nicht von einer Kurzgeschichte zu anderen Kurzgeschichte plötzlich eine Epiphanie haben und das dann irgendwie anders bewerten. Boah, krasses Fremdwort. Wahrscheinlich auch falsch eingesetzt, keine Ahnung. Manchmal passieren so Sachen, manchmal fallen so Worte aus meinem Mund. Du sag mal, vielleicht noch eine Fangfrage, aber auf dem Cover, ne, da sehen wir jetzt diese Conan-Figuren und da sehe ich irgendwie auch ein Haus und wenn ich das richtig sehe, ist da rechts irgendwie auch so ein Symbol von dem Autoren. Weißt du, was das ist? Ist das eine Werkstatt? Das ist das Museum. Das ist das Museum, von dem ich gesprochen habe, in Conantown. Also man sieht auch unterhalb von diesem Logo, sieht man so einen Teil von einer Statue. Da sieht man zwei Figuren, das ist also eine größere Statue. Aber genau, das ist dieses Gebäude, da ist dann eben der Teil Museum und natürlich auch noch ein Merchshop mit drin, ist klar. Ja, genau. Für Fans von Conan O'Brien, der war da auch mal. Da gibt es ein paar Videos, die kann man auf YouTube finden. Der hat irgendwann herausgefunden, dass es in Japan diese Stadt gibt, die sich Conantown nennt, aber er ist doch der wahre Conan und hat sich dann mit Conantown angelegt, so quasi, und ist dann dahin und hat dann da Quatsch getrieben und so und hat diese Stadt besucht. Das ist ganz witzig. Ich kann mir diese Beliebtheit aber schon aus einem Faktor erklären. Es gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger und ähnlich wie Dragon Ball One Piece oder so sind das halt wirklich Serien, die laufen lang, sind einfach zugänglich. Du kannst da einsteigen, egal ob du da jetzt zehn oder fünf Jahre nicht mehr geschaut hast, weil diese Thematik quasi sich nie großartig ändert, aber die Zugänglichkeit trotzdem dadurch immer gewährt ist. Gut, dann wollen wir mal den Manga verlassen. Ich glaube, das war jetzt der einzige Manga für die Folge, wenn ich gerade so über die Titel drüber schaue. Und ich gebe mal ab, machen wir mal einen krassen Bruch und gehen zu Breedstorm und seinem Onanis-Special. Ja, vielen Dank. Ist nicht mein Onanis-Special, sondern das von Chester Brown und Joe Matt. Und die aufmerksamen Zuhörer der letzten Folgen haben ja gehört, dass wir immer mal wieder was davon vorgestellt haben. Denn diese beiden zusammen mit dem Zeichner und Autoren Seth haben sich Anfang der 90er in Toronto immer mal wieder gesehen und haben alle autobiografische Comics gemacht, in denen sie sich auch selber gegenseitig erwähnen. Also meistens geht es um Kneipengänge, wo sie sich austauschen und sich gegenseitig falten, was sie wieder für einen Mist gemacht haben. Und das war ein sehr erfolgreiches Konzept, was dazu geführt hat, dass der eine von ihnen, nämlich Chester Brown, den ich auch schon mit anderen Comics hier vorgestellt habe, zuletzt mit Paying for It, wo er seine Obsession für Prostitution bekannt gegeben hat, dass der halt seine Comics, die er selber veröffentlicht hat, weil sie für Verlage zu kontrovers waren, dann doch irgendwann neu aufgelegt bekam. Selbiges gilt auch für The Playboy, was zunächst in seiner eigenen Serie Yummy Fur erschienen ist. Also auch ein sehr kontroverser Titel, wo ich die eine oder andere Frage an ihn hätte, aber nun gut. Und wir haben in diesem Band einen Bericht aus seiner Zeit als Teenager, aber auch als junger Erwachsener. Und er beschreibt darin seine Obsession mit dem Magazin The Playboy. Und was ihn natürlich auszeichnet, ebenso wie Joe Matt in dem anderen Band, der dann noch kommen wird, ist, dass er sehr, sehr ehrlich mit auch unangenehmen Themen umgeht und diese nicht irgendwie ignoriert und sich im schönen Licht darstellt. Also es ist noch in keinem seiner autobiografischen Comics vorgekommen, dass er sich überhöht hat, sondern eher, ja, also ich finde es selbst erniedrigend, was er hier bis zu allem schreibt. Es ist klar, wir reden von den 70ern, glaube ich, wo er angefangen hat, den Playboy zu kaufen, weil ihn, glaube ich, ein Carver oder ein Centerfold einfach fasziniert hat. Und wir reden von einer Phase, wo man nicht eben mit seinem Handy mal kurz nach irgendwas googeln konnte, wann einem was besonders interessiert in der Damenwelt, sondern man musste sich ein Magazin oder ein Buch kaufen. Und allein diese große Überwindung in den Laden zu gehen und so zu tun, als wäre es ganz normal, dass sich ein Teenager hier einen Playboy holt, war damals in dem eher brüderen Amerika noch Kanada, war damals natürlich noch deutlich kontroverser, als es heute ist. Man sieht regelmäßig, wie er dann nachkaufen muss, weil er natürlich mehr Material braucht und dann natürlich immer neue Wege finden muss, um an dieses Heft zu kommen und wo er möglichst wenig Leuten begegnet, die ihn dabei sehen können, weil es ist ein Albtraum, dass die Nachbarn ihn dabei sehen und da er sehr christlich erzogen ist, fühlt er sich bei der ganzen Sache auch sehr, sehr dreckig, dass er, wie gesagt, Bilder von nicht bekleideten Damen da gut findet. Es ist teilweise so, dass auch abgebildet wird, dass er onaniert. Auch das ist sehr entwürdigend, finde ich. Also, weil er hat eine Technik entwickelt, wo er über der Sitzfläche von dem Stuhl hängend, also es ist auf jeden Fall eine ausgefeilte Technik, die ich so noch nicht irgendwie gekannt habe, aber das scheint irgendwie so ein Ding da zu sein und auch in solchen Momenten erscheint bei ihm eine kleine Version von ihm wie das Engelchen und das Teufelchen, nur dass es eine kleine Version von ihm selbst ist mit so Drachenflügeln dran, die dann die Geschichte weitererzählt. Insgesamt zeigt er klar auf, dass ihn das sein Leben lang schon sehr stark geprägt hat. Also es gibt Phasen, wo er sich durch die ganze Schuldigkeit dazu genötigt fühlt, die Playboys loszuwerden, also entweder zu verkaufen oder zu vernichten. Und ja, also dieser ganze Zirkus, der da drum, diese ganze Schuldigkeit, die geht dann wirklich rüber in sein Erwachsenenleben, wo er auch in einem Moment das Gefühl hat, dass eine Freundin von ihm, die er später hat, einen Playboy gefunden hat und sich die ganze Zeit nicht traut, danach zu fragen, hast du da was gesehen, hast du da was nicht gesehen? Also, und er hat da sehr, sehr viele Komplexe, was das Ganze betrifft. Zeitlich ist das Ganze zwischen dem, in Deutsch hieß es Fuck, wo er seine erste Freundin beschreibt und dem, den späteren Paying for it einzuordnen. Also wenn man die Reihenfolge da wählen würde, würde man das in die Mitte setzen, wobei das die erste Geschichte war, die er in dem Bereich da gezeichnet hat, wo er wirklich detaillierte, schreckliche Auskünfte über sein Leben gegeben hat. Mich hat es, wie gesagt, dadurch unterhalten, dass er halt sehr, sehr ehrlich ist und auch so ein bisschen diese Momente, wo man sich so ein bisschen fremd schämen würde, ist ja doch dann irgendwie unterhaltsam. Und zeichnerisch, muss ich sagen, gefällt mir sein damaliger Stil, also wir reden hier jetzt zwischen den späten 80ern und frühen 90ern, ein bisschen besser als sein heutiger Stil, der noch ein bisschen reduzierter geworden ist insgesamt. Ich meine, er und auch Joe Matt sind beides natürlich Crump-Jünger. Da weiß man schon, in welche Richtung das Ganze geht, also wie die großen amerikanischen Independent-Comics in den 70ern halt waren. So geht auch dieser Band. Aber hier ist es schon sehr detailliert. Das Einzige, was mir jetzt nicht so gefallen hat, war, dass du, also es ist ein kleines Taschenbuch und du hast teilweise pro Seite hast du nur ein oder zwei Panel. Also das ist ganz schön geschoben. Das hätte man sicherlich auch in zwei oder drei Hefte ganz normal oder ein sehr dünnes Straight-Paperback reinpacken können. Das ist ein bisschen geschummelt, finde ich. Weil ich sehe den Effekt nicht. Manchmal hat man das ja, dass das irgendeine künstlerische Geschichte ist, warum die Panels genauso da montiert sind. Und hier sehe ich das einfach, ich sehe es einfach nur als Schiebung. Also es ist ja sehr oft so, dass es wirklich dann nur ein oder zwei Panel sind. Das hätte man sich sparen können. Und das andere ein bisschen ummontieren. Das ist dann in Breedstorms fortlaufender Reihe zu kanadischen Cartoonisten ein weiterer Band. Sehr spannend. Ich finde das, also ich habe ja, das hat sich auch nicht so verändert seit dem letzten Mal, seit wir irgendwie über die drei gesprochen haben mit Seth, Chester Brown und Joe Matt. Ich war damals vor, weiß nicht, 15 Jahren, 20 Jahren oder sowas, mehr so in der Seth-Ecke und habe irgendwie versucht, alles von Seth zu lesen, was ich irgendwie so kriegen konnte und habe da einige Bände von ihm im Regal stehen. Und Joe Matt und Chester Brown habe ich immer ausgelassen. Ich glaube damals wahrscheinlich auch, weil ich irgendwie mit den Thematiken, die Breedstorm jetzt ja auch gerade so angesprochen hat, da nicht so den Zugang dazu hatte. und mir das immer irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich war wahrscheinlich einfach zu prüde dafür. Findest du aber jetzt so in der Nachschau beziehungsweise in deinen Berichten schon interessant, wie, ja, mit welcher Offenheit und ja auch wenig Scham, die zwei oder jetzt in dem Fall eben der eine mit diesen Themen umgeht, weil das ja jetzt nicht, also das sind ja keine hellen Geschichten. Also es ist ja schon ein sehr starkes Offenlegen und sich auch so im literarischen Sinne irgendwie nackt machen und sich der Welt präsentieren mit allen Fehlern und vielleicht eben auch Momenten, die andere als peinlich oder als lächerlich oder was auch immer bezeichnen würden. Und du hast ja auch so ein bisschen beschrieben, wenn ich das so richtig rausgehört habe, dass einem das beim Lesen auch einen oder anderen Moment irgendwie so geht. Ich weiß auch, ich komme jetzt auch gar keine Frage damit raus oder so. Ich finde es interessant, so als literarisches Genre quasi, so dieses autobiografische sich nackt machen. Irgendwann muss ich da, glaube ich, schon mal was von denen auch lesen. Andi, ist dir das näher gekommen? Ist das thematisch irgendwas, wo du sagst, das klingt interessant oder bist du da Brüde wie ich und sagst, der kann alleine weiter onanieren? Naja, davon mal abgesehen, dass Breedstorm jetzt offensichtlich eine neue Onanie-Position kennengelernt hat und ich ihm auf jeden Fall ganz viel Spaß wünsche, frage ich mich, ob jetzt diese ganze Geschichte mit diesem Voyeurismus, den man ja letztlich braucht oder den man irgendwie auch genießen muss, wenn man diese Comics liest, ob das nicht eben auch Teil dieser Faszination ist. Weil die anderen Comics, die er schon hatte, die waren ja auch sehr intime Einblicke, wie du schon gemeint hast, Breedstorm, ja, in, keine Ahnung, Umgang mit Prostitution und weitere Themen in der Richtung. Es geht immer irgendwie um Sex, es geht immer irgendwie um der verkappte Einzelgänger zu sein, der in irgendeiner Form mit irgendwas nicht zurechtkommt und diese ganz intimen Einblicke zu sehen, ist das nicht irgendwie, also das muss ich Voyeurist sein, um diese Comics genießen zu können. Vielleicht ein Stück weit, vielleicht ein Stück weit. Oder geht es auch darum, ich habe jetzt vorhin gesagt, dass ich einfach so prüde war für diese Geschichten, vielleicht waren mir die einfach auch thematisch zu nah am eigenen Leben, vielleicht, weiß nicht, ist das auch was, wo man sich verstanden fühlen kann, wo man dann sagen kann, wenn man in ähnlichen Situationen ist, ich bin nicht alleine und andere sind mutig genug, also auch öffentlich zu sagen und ich muss mich nicht so komisch fühlen, wie ich mich vielleicht manchmal fühle. Also zur Selbstanalyse hat es jetzt relativ wenig beigetragen, weil gerade Chester Brown schon ein sehr radikaler Mensch ist, was natürlich in seinem Comic über Prostitution noch deutlicher hervorkommt. Hier ist er einfach der, ja, der erfolglose Teenager, der, und Heranwachsende, der das nicht auf die Kette kriegt, von diesem Playboy-Heft loszukommen. Und, also es artet dann auch teilweise aus, dass in Situationen, also wo Fremdschämen halt wirklich noch sehr milder ausgedrückt ist im Endeffekt halt. Aber trotzdem ist es durch die Ehrlichkeit einfach. Einfach, dass er das alles so berichtet, wie das für ihn auch gewesen ist, wie er in den Wald geht und einfach sein Heft vergräbt, damit es niemand findet und nicht denkt, dass er irgendwie ein Perverser ist oder sowas, weil er sich eine nackte Dame angeguckt hat und dann drei Tage später auf die Idee kommt, naja, ich könnte das jetzt schon gerade sehr gut benutzen und gräbe das einfach wieder aus. Also das sind halt so Szenen, die, also ich finde es sehr unterhaltsam. Könnten die eigentlich auch andere Storys schreiben? Also jetzt mal ernsthaft, du hast jetzt die drei Jüngste vorgestellt und die haben ja auch unterschiedliche Sachen gemacht, aber jetzt, ich verwechsel die auch immer und ich kann, tue mich jetzt auch schwer, die zu differenzieren in ihre Geschichten und so, aber könnten die auch, keine Ahnung, eine geile Science-Fiction-Geschichte schreiben? Könnten die das überhaupt? Als Autor weiß ich nicht, ob sie das könnten, aber Chester Brown hat ja zum Beispiel auch Louis Reel gezeichnet, was eine Figur der kanadischen Geschichte ist. Und auch den habe ich schon gekauft. Ich werde dazu berichten, ob er das kann oder nicht. Alles klar. Patrick, ist dir das spannend genug, dass du da mal vorbeischaust? Ja, ja, auf jeden Fall, auch wenn Breedstorm jetzt schon wieder ein paar Sachen getriggert hat, wir hatten damals, da war ich noch richtig klein, so einen Waldworkshop, da waren wir dann bei so einer Forstaufsicht und da bei diesen Posten, da war halt wirklich so ein alter, vergilbter, richtig abgeranzter Playboy, also vergilbt wäre noch untertrieben, da ist eine Ameisenstraße schon durchgelaufen, daran hat mich das mit den verbuddelten Playboy erinnert. Diese Waldgeschichten hat doch jeder irgendwie, oder? Ja, ja. Also so Geschichten habe ich auch schon früher gehört, so aus dem Bekanntenkreis und so, dass das, also anscheinend war das tatsächlich ein großes Ding, Nackedeihäftchen im Wald irgendwie zu vergraben. Ja, das ist wirklich so der Fall und mit diesen Masturbationstechniken, das hat mich leider sehr an die Chuck Palahniuk-Geschichte, der Vorfall oder wie es im Englischen heißt, Guts, quasi Eingeweide erinnert, nur da gebe ich eine Triggerwarnung, falls ihr daran interessiert, das ist richtig, richtig harter Tobak, da geht es wirklich um Leute, die sich beim Masturbieren quasi verstümmelt haben, als ich das mal am besten Kumpel damals vorgelesen habe, der hat mir fast vor die Füße gekotzt. So harter Tobak ist das und ich weiß nicht, wie sehr mir diese schonungslose Ehrlichkeit hier bei dem Comic, wie sehr mich die betroffen machen würde, aber interessant klingt es auf jeden Fall, auch dieses auch dieses autobiografische ohne Beschönigung, das ist auch eher selten der Fall. Gut, also Andi, du hast jetzt die Wahl, du hast zwei Vogel-Comics mitgebracht, du hast jetzt die Wahl, du schließt entweder an mit was Heftigem oder mit was Seichterem, was präsentierst du in deinem Herz? Ich glaube, ich muss hier erstmal runterfahren, ja, wir sind ein expliziter Podcast und wir dürfen sagen, was wir wollen und so, aber vielleicht atmen wir jetzt einfach erstmal in Ruhe durch und sprechen über was für den Mainstream. Ich habe hier sogar echt tatsächlich, ich bin ein alter Mann, ich habe hier Stichpunkte gemacht und ich bin so ein bisschen stolz auf mich. So, pass mal auf, es geht jetzt um Asterix und der Greif und wer mich kennt und meine Comic-Gewohnheiten, der weiß, dass ich mit franco-belgischen Comics es mich immer ein bisschen schwer tue und ich möchte an der Stelle zunächst erstmal einen Disclaimer voranschieben. Ich habe dieses Comic geschenkt bekommen vom Verlag, gar nicht mal Rezensionsexemplar, die haben einfach proaktiv und das haben sie ja schon mal gemacht, auch in anderen Zusammenhängen mit zum Beispiel der Mickey Maus und dem Jubiläum dort, mir ein schönes kleines Paket geschickt, an der Stelle vielen lieben Dank dafür. In diesem kleinen Paket waren viele tolle Sachen drin, unter anderem natürlich auch der Comic selbst. Asterix und der Greif und ich bin jetzt nicht so drin im Thema, weiß aber durchaus, dass die von Goscini und oder so ursprünglich erfundenen Figuren Asterix und Obelix und alles, was dazu zählt, selbst nicht mehr diese Reihe schreiben, sondern eben jetzt einen Ferry und einen Konrad und ich weiß, dass es jetzt schätzungsweise der dritte, vierte, fünfte Band von denen ist und angeblich auch schon der beste von denen. Ich habe außerdem auch mal vor einiger Zeit auch vom Verlag geschenkt bekommen, den Vorgängerband, das war der, die Tochter des Weringetorix. Weringetorix. Ganz genau. Und muss aber sagen, dass ich den nach der Hälfte abgebrochen habe. Ich fand das stinklangweilig, anstrengend, es ging mir irgendwie, es war zu wenig das, was ich an Asterix und Obelix mochte und das sind letztlich vor allem die Animationsfilme aus den 90ern, die ich als Kind natürlich gesehen habe und genossen habe und habe diesen jetzt hier aber gelesen mit dem Wissen, dass es ein Comic für den Mainstream ist. Den kriegst du echt überall, an jedem Kiosk, an jeder Tankstelle. Das Ding wird dir hinterher geworfen und das ist auch der Grund dafür, dass diese Reihe bis heute enorme Umsatzzahlen hat. Alle kennen sie Lucky Luke, Asterix und Co. von Egmont und natürlich kauft man dann für wenige Euro das Ding auch mal. Das Ding kostet 6,90 Euro im Softcover und hat 48 Seiten, ist aber ein ganzes Stück größer als zum Beispiel so ein Panini-Heft, das 5 Euro kostet und ich finde es Preis-Leistungs-Verhältnismäßig so alles ganz in Ordnung. So, das war so mein Einstand in ja eben diesen Comic, den ich dann halt einfach mal komplett gelesen habe und worum geht's? Asterix und der Greif. Ja, aus irgendeinem Grund will man halt eben jetzt ganz weit östlich im Römischen Reich. Dort gibt's einen Typen, der ist mit dem Miraculix irgendwie befreundet. Der hat ihm quasi mit so einer Art Traumcall-Telefonat gebeten, mal eben vorbeizukommen. Hier, ich hab da ein Problem. Kurzum, ist eigentlich auch scheißegal warum, Miraculix, Asterix und Obelix sind jetzt halt eben ganz tief im Osten, das wird tiefstes Russland sein und dort ist ziemlich kalt. Dort treffen sie auf ein Dorf, das ist sehr vergleichbar mit dem Dorf von Asterix und Obelix, dem Dorf namens Gallisches Dorf. Hat das einen Namen? Keine Ahnung. Glaub nicht. Und, naja, auf jeden Fall geht's im Endeffekt darum, dass dort auch die Römer einmarschieren. Die sind da aber nicht ohne Grund, denn die sind auf der Suche nach dem titelgebenden Greifen. Denn dieser Greif soll bei den Spielen, bei den Schauspielen von Julius Cäsar in Rom so das neue Highlight werden und damit auch die Macht Cäsars stärken. Und ja, dann passiert halt das, was bei Asterix so passiert. Dann kommen halt die Römer und die Römer laufen rum und dann gibt's auf die Mütze und irgendwie muss Obelix dann allen noch erzählen, dass er als Kind in den Brunnen, in diesen riesen Topf gefallen ist und deswegen super stark ist und Asterix kann auch noch irgendwas machen und Idefix rennt weg und so. Aber irgendwie ist es eine Aneinanderreihung an Dingen, die irgendwie halt, glaube ich, in so einen Comic rein müssen. Ganz am Ende ist dann natürlich auch das obligatorische Dorffest im Gallischen Dorf, wo alle wieder zusammenkommen und dann essen sie Wildschweine. Was mir hier gefehlt hat, ist, dass man den Hinkelstein sieht. Obelix spricht nur davon, aber wenn man ihn noch gesehen hätte, das wäre dann so die letzte Trope gewesen, die man noch hätte irgendwie bedienen können. Die Auflösung der Geschichte, was am Ende mit dem Greif los ist und so, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Die ist okay, aber auf jeden Fall kein erwähnenswertes, also das haut einen jetzt nicht vom Hocker. Das ist alles sehr Mainstream, nicht sehr massentauglich. Man hat hier und da diese Geschichten, dass man halt, keine Ahnung, ein lateinisches Zitat einbaut. So kann man glücklicherweise weiterhin schön sagen, hier, geil, bei Asterix wird Latein gesprochen, da lernt man ja voll was und so. Das sind halt die Dinge, die man immer sagt, wenn man Rezensionen über Asterix liest und wie man halt irgendwie sich auch im Endeffekt Comics dieser Art schön redet, möchte ich fast schon sagen. Ich will es auch nicht unnötig schlecht sprechen, reden. Es sieht optisch ganz nett aus, es ist halt cartoonesk und es ist glaube ich exakt das, was man so von einem modernen Asterix-Comic erwarten kann. Ob das jetzt mein Ding ist oder nicht, hat man vielleicht schon rausgehört. Ich gucke mal gerade hier, was meine Stichpunkte noch hergeben, die sagen letzte Zeit, es war lehrreich, genau, Latein ist drin. Dieses ganze Wiederholen von Dingen, die man erwartet und dann irgendwie kriegt, das finde ich langweilig. Also, ich habe zum Beispiel, als der Band rauskam, gesehen, das ist ein von mir sehr geschätzter Comiczeichner namens Albert Hulm, er ist ein deutschsprachiger Illustrator, der hat einfach eine Hommage gezeichnet vor Asterix und der Greif. Da sieht man die beiden so ein bisschen größer, wie normal gewachsen, mit deutlich normaleren, nenne ich es mal, menschlicheren Proportionen und weniger das, was jetzt hier in dieser Cartoonisten-Darstellung ist. Und das gefällt mir echt einfach schon von der Optik her deutlich besser, als diese klassische Darstellung, die mich echt langsam, also die langweilt mich schlichtweg. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, vielleicht hat Patrick kennt ihn, glaube ich, da kam vor einiger Zeit auch mal eine Origin-Geschichte zu Santa Claus raus. Ja, also das war so ein bisschen so eine realistischere Version davon und da sieht man letztlich, wie man einen Typen mit düsterem Gemüt zum Weihnachtsmann macht und das in einer realistischeren, düsteren und vor allem auch schönen Darstellung und so ein bisschen was in der Richtung hätte ich mir auch echt, kann ich mir langsam aber sicher sehr gut für Asterix und Obelix vorstellen. Das ist eine Reihe, die ist ungefähr vor 30 Jahren stehen geblieben. Das ist nicht schlimm, weil das wollen die Leute ja auch sehen und kaufen, nicht ohne Grund gibt es diese großen Zahlen, aber ganz ehrlich, mich langweilt das und deswegen kann ich diesen Comic hier, also ich würde dem mein Kind in die Hand drücken und ich würde mir den wahrscheinlich auch kaufen, weil das so was ist wie, kauft man halt, muss man gelesen haben, ist halt Mainstream, so wie alle Wetten das gucken und irgendwie Neuerungen erwarten, obwohl da natürlich keine Neuerungen drin sind, ist das hier irgendwie auch. Das ist vor allem nostalgisch, das ist für nostalgische Leute, aber diese Comics werden nicht dafür sorgen, dass wir neue Comic-Leser gewinnen, machen wir uns nichts vor. Das ist so mein nicht so sonderlich positives Gesamtfazit und ich weiß aber, dass der Breedsorm den auch gelesen hat und der unter Umständen eine andere Meinung dazu hat, oder? Ganz genau so ist es, ich habe mir den Band auch am Bahnhofskiosk gekauft, wo ein ganzer Tisch damit voll lag und ich hatte keine großen Erwartungen, das wäre jetzt auch nicht was, was ich mir gleich am ersten Tag kaufen muss, normalerweise, ich habe ihn hauptsächlich gelesen, weil du ihn auch lesen wolltest, für einen Podcast. Ich fand ihn von den neuen Bänden jetzt mit am besten, sicherlich, weil er aus meiner Perspektive, der halt auch alle Asterix-Bände gelesen hat, irgendwann im Laufe seines Lebens gerade das, was du gesagt hast, nicht so stark gemacht hat, wie das die anderen Bände gemacht haben. Also allein durch die Verlagerung des Settings raus aus Gallien in Russland oder irgendwo ins Barbarikum, wie das bezeichnet wird, hat er den ganzen Teil mit dem Dorf eigentlich komplett ausgespart, außer kurz am Anfang und ganz kurz beim Abschiedsessen. Also das Abschiedsessen, das muss ja immer sein, aber zwischendurch hast du hauptsächlich Asterix und Obelix und mit Abstrichen Miraculix, weil er irgendwie krank ist, ist er auch nicht die ganze Zeit dabei. Sie haben das Setting in Eis und Schnee gelegt, was man beim Asterix auch noch nicht gesehen hat so oft und ein entscheidender Teil ist halt auch, dass der Zaubertrank nicht verfügbar ist. Das hatten wir zwar schon, aber eigentlich ist das ja immer so der Klassiker, dass sie sich durchboxen durch das römische Heer und alle nach allen Seiten wegfliegen, das ist dem Band halt eben nicht der Fall und sie müssen sich eher durch List und Ideen mit dem Stamm, mit diesem russischen Stamm auseinandersetzen und gegen die Römer vorgehen. Eine Besonderheit bei dem russischen Stamm, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum das jetzt ein Amazonenstamm ist. Ich glaube, da wollte man auch die typischen, wie sieht der andere Häuptling aus und so weiter und so fort, wollte man sich aussparen und hat da halt das als Amazonen-Geschichte inszeniert, das Ganze. Unterm Strich bin ich eigentlich für das Geld, was der gekostet hat und wie gesagt, für 6,90 Euro kann, glaube ich, jeder mal einen Spontankauf machen, eigentlich zufrieden damit. Aber ich hatte halt auch keine hohen Erwartungen. Ich habe an anderer Stelle gehört, er hätte auch Bezüge zu Game of Thrones. Ist dir außer, dass es kalt ist, da irgendwas aufgefallen? Game of Thrones würde ich, also habe ich auch komplett durch, aber da würde ich jetzt keine Parallelen sehen. Das Einzige, sie haben natürlich, sie sind auf ihre russischen Pendants gestoßen, bei dem Stamm. Also da gibt es einen, in dem Stamm, wo die Männer alles Hausmänner sind und die Kinder erziehen und so weiter, gibt es einen, der halt keine Hinkelsteine liefert, sondern Baumstämme und es gibt auch so einen kleinen, blonden, so wie in der Richtung wie Asterix. Also den, das habe ich mitgenommen, ja. Könntest du dir einen Erwachsenen Hommage-Band von Asterix und Obelix vorstellen? Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich würde es ganz gern so haben wie bei den Spiro-Specials, dass da einfach jeder mal dran darf, der das möchte und der offensichtlich das Zeichnerhandwerk beherrscht und da mal sein, also ich könnte mir auch so eine ganz dunkle Asterix-Geschichte vorstellen, das wäre zum Beispiel auf einer realistischen Basis so ein bisschen, soweit man da realistisch sein kann, aber Kampf gegen Römer von Gallian kann man glaube ich auch irgendwie realistisch darstellen, wäre das schon eine gute Sache. Asterix mit posttraumatischer Belastungsstörung. Bam, da ist die Idee. Macht was draus, ich schenke sie euch. Und Napoleon-Komplex am besten noch. Und Zaubertrank als Drogen-Allegorie. Genau. Patrick, hast du den schon gelesen? Natürlich habe ich den gelesen. Ich habe diese Kritik von dir auch gehört und ich weiß auch, wen du meinst mit dieser Game of Thrones Parabel oder mit dieser Parallele. Das ist wahrscheinlich wegen dem Eyesetting und wegen dieser hohen Mauer. Aber so sehr fand ich das jetzt nicht. Ich fand sogar wieder dieses Thema Frauenrechtlerinnen und wurde hier noch mal, was bei Asterix in letzter Zeit auch ist, wieder sehr hervorgehoben. Nur dieses Mal hat es auf mich nicht so erkrampft und erzwungen gewirkt, sondern eben wie so eine Bizarro-Version. Also dieses Mal waren die Männer so die Gegenstücke von den Frauen aus dem gallischen Dorf, die quasi für die Hausarbeiten zuständig waren und die Frauen und die Frauen sind dann rausgezogen und sind Römer-Verdreschen gegangen. Also das fand ich so eine nette Parallele und auch die Gefangenen, wie sie dann von den Römern quasi umgeiert wurde. Es war so ein netter, kleiner Running-Gag. Aber ich finde, wie ihr, es ist wirklich in einen extremen Korsett gefangen. Das ist ja bis zur Panel-Aufteilung diktiert und ohne großartige Überraschungen. Zeitgleich ist jetzt diese Woche auch auf Disney Plus oder war das Super-RTL diese Idefix-Serie gestartet. Also man will schon ein jüngeres Publikum erschließen. Und das habe ich auch bei der Kritik zum letzten Asterix-Film gesagt. So das ist so langsam nicht mehr ganz mein Asterix. Von diesen Bänden war das aber auch wirklich mit der Beste. Also dieses Winter-Setting, da konnte man sich zeichnerisch austoben und man hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Den eigenen Stil, den kann man halt durch das Korsett wahrscheinlich nie wirklich entwickeln, aber es hat jetzt eine bessere Dynamik auch in den Action-Sequenzen. Ich für meine Verhältnisse finde, das ist ein okayer Comic. Alle zwei Jahre einen neuen Asterix-Comic lesen, bin ich fein mit. Und ich finde da eben deutlich unterhaltsamer als zum Beispiel Gallien-In-Gefahr, wo Ueda so ja noch mitgewirkt hat. Was halt für mich komplett hier in Rissek war mit dieser Alien-Invasion in Gallien. Ja, also ich glaube innerhalb der Rahmen, wie du schon sagst, die man in dieser Asterix-Welt einfach gesteckt hat, die man ja auch bedienen muss, weil es eben ein Stammpublikum gibt. Und zudem zähle ich halt einfach nicht. Innerhalb dieser Grenzen ist das, glaube ich, ein ganz guter Asterix-Band. Und tatsächlich sind die Punkte, die der Breedsom jetzt ja angesprochen hat, auch allesamt valide. Da kann ich nichts gegen sagen. Und insofern muss ich, glaube ich, einfach hinnehmen, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Und das ist ja auch okay. Ich hätte gerne Hommage gesehen, weil ähnlich wie bei Lucky Luke gefallen mir die Hommage-Spende eben auch besser als die Hauptreihe. Ich glaube eben auch, dass das wirklich eine Reihe für Fans ist, die es einfach schon lange lieben und sich dann eben freuen, wenn alle zwei Jahre neuer Band rauskommt und da jetzt nicht mit so kritischem Auge hingehen, wie jemand, der nicht irgendwie schon 30 Jahre damit aufgewachsen ist und das einfach hinnimmt und sich freut über jeden neuen Teil. Und Andi, weil du gesagt hast, neue Leser wird man damit wahrscheinlich nicht gewinnen, neue Comic-Leser. Ich würde sagen, das stimmt wahrscheinlich für erwachsene Leser, für Kinder vielleicht schon. Denen es aber wahrscheinlich auch egal ist, von wann der Band ist. Ich auf jeden Fall und ich vermute die meisten von uns haben Asterix auch als Kinder gelesen und in irgendeiner Reihenfolge, welchen Band du halt irgendwie gerade entweder im Regal der Eltern gefunden hast oder aus der Bücherei oder geschenkt bekommen hast und von wann die Bände tatsächlich waren und in welcher Reihenfolge war dir doch egal. Also ich weiß, das war für mich irgendwann auch so ein Aha-Moment, die ganzen Spiro-Bände, die ich irgendwie aus der Bücherei gelesen habe, als ich dann irgendwann mal erfahren habe, wie alt die eigentlich schon sind, dass die nicht irgendwie jetzt aus den 80er Jahren sind, sondern eben auch schon deutlich älter. Aber das ist dir in dem Moment ja egal. Ich vermute mal, dass das jetzt bei Kindern heutzutage, wenn die jetzt irgendwie einen neuen Asterix-Band lesen oder einen alten Asterix-Band lesen, auch jetzt nicht immer sofort sagen können, Mensch, früher waren sie besser. Und ja, also klar, das ist halt so ein Blockbuster-Ding, das für ein breites Publikum einfach da ist und durch die weite Verbreitung und den günstigen Preis eben schnell mal mitgenommen wird und ins Regal gestellt wird, auch für Komplettisten einfach, ob da jetzt halt wirklich was Spannend Neues passiert. Und ich habe lange keinen gelesen, also ich habe von dieser Neuauflage ein oder zwei gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau und also regelmäßig Asterix gelesen, das letzte Mal in den 80er Jahren eben die Bände, die halt mein Vater halt hatte so und was wir in der Bücherei mal hatten oder so und das dann einfach nicht mehr weiterverfolgt. Also ich habe viele Bände nicht gelesen und ja, das darf existieren. Aber es ist halt einfach für eine sehr spezielle Zielgruppe dann auch, die aber groß genug ist. Ob sie die auch alle lesen, weiß ich nicht oder ob sie den Band nur kaufen und ins Regal stellen, aber es wird halt alle zwei Jahre dann einfach wieder gekauft. Nichtsdestotorts, Patrick, mach doch mal weiter mit deinem ersten Band für heute. Okay, ich habe jetzt hier mal wieder einen Monsterklopper von Xavier Dole und Diebril Morisette van Die Geschichte der Science Fiction und es ist mehr so ein Sachbuch als ein Comic, aber die Comic-Elemente werden dann eben doch bedient, indem man immer wieder einen der Erzähler die vierte Wand durchbrechen lässt und mit dem Zuschauer interagieren lässt oder dass dem bewusst ist, was für einen Einfluss dieser Künstler auf die Science Fiction gehabt hat. Also es gibt entweder Textbalken in der Form oder es gibt dann quasi so eins zu eins Referenzen, also da erschlägt einem der Comic dann mal nicht mit Text, sondern man erlebt zum Beispiel wie Frankensteins Monster geboren wird oder wie die TARDIS einen Rundflug durch die Zeit macht oder gewisse Elemente von 2001 und so. Was ich hier halt schade fand, dass zum Beispiel der deutsche Einfluss nicht so wirklich gewürdigt hat. Gefühlt war das für mich ein Panel, da wurde Fritz Langs Metropolis halt kurz aufgezählt und in einen Satz quasi abgefrühstückt, aber ich finde sowohl die deutschen als auch zum Beispiel im Anime-Sektor hat man ja auch viel gute Science-Fiction gehabt, die hier entweder zu kurz kommt oder gar nicht erwähnt wird und trotzdem macht man hier einen ziemlichen Umriss, also man zeigt wirklich die ganz große Bandbreite der Science-Fiction, es fängt schon an bei Jules Verne bei den 80 Tagen um die Welt, wo eben noch nicht dieses ganze mobile Reisen möglich war, da hat man gezeigt, ja es ist zu Wasser zu Lande und in der Luft möglich, also auch mit dem Heißluftballon, das war damals Zukunftsmusik und hier wird dann auch aufgezeigt, wie Science-Fiction auch immer wieder unsere Wissenschaft mit beeinflusst hat und wie sich das gegenseitig gepusht hat oder wie dann die Zeit, die Science-Fiction eingeholt hat. Ich fand das gut zu lesen, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das einem Einsteiger empfehlen würde, weil da eben wirklich extrem viele Namen reingeworfen werden und ein Neuling, der wird davon richtig erschlagen, sogar ich habe mich teilweise wie von einem Zug überrollt gefühlt und das, obwohl Science-Fiction eins meiner Lieblingsgenres ist, ich diskutiere ja regelmäßig mit Andi auch dann über die aktuelle Star-Trek-Folge oder über The Expanse, wenn da was Neues läuft, also wir tauschen uns da regelmäßig im Science-Fiction-Bereich aus und auch da fand ich, ja, es ist gut, es ist wirklich ein schöner Umbriss, aber entweder hätte der Band doppelt so dick sein müssen, um das Ganze weniger gehetzt wirken zu lassen, mit seinen 202 Seiten und über 100 Jahren Science-Fiction-Geschichte wird man da schon durchgepatscht, als würde man in einer Zeitmaschine sitzen und man sieht diese ganzen Zeitstränge an sich vorbeiziehen und eigentlich möchte man manchmal einfach nur kurz auf die Bremse treten, mal aussteigen, sich mehr umsehen und ich denke, da würden sich wirklich einige der Charaktere anbieten, eine eigene Biografie oder einen eigenen Film, irgendwie ein bisschen mehr Text dazu, aber ich fand's wirklich interessant, wie breit gefächert es ist und dass sogar H.P. Lovecraft dann einen gewissen Einfluss auf die Science-Fiction hatte. War was zu Perry Roden drin? Ja, und teilweise gibt's dann auch so Timelines, die dann unten so sind, die dann auch zeigen, das ist so diese Art von Science-Fiction und das hat zum Beispiel Warehouse 13 und sonst was beeinflusst. Es gibt da immer wieder so kleine Timelines, wo dann auch manchmal die Tades dran vorbeifliegt und wo man dann auch sieht, was für Einflüsse gewisse Genres hatten. Perry Roden kam auch vor und auch so ein bisschen so diese Science-Tales, also ähnlich wie Geschichten aus der Gruft, nur eben mit Science-Fiction Stories. Aber wie gesagt, manchmal wäre ich da am liebsten auf die Bremse getreten und hätte mich dann in bestimmten Bereichen gerne mehr umgesehen, aber so als grober Querschnitt über das Genre ist das ein ziemlich gutes Werk, das ich aber nicht jedem empfehlen kann, sondern mit Einschränkungen, wenn man wirklich in der Materie eingelesen ist, dann fühlt man sich wahrscheinlich direkt wohl. Wie schätzt du es denn zeichnerisch ein? Zeichnerisch ist es ein nicht unbedingt trockener Stil, der entwickelt so eine gewisse Dynamik, wenn Science-Fiction zitiert wird, aber mich hat der an zum Beispiel Tales from Black Swan erinnert, also so das, was der Breedstorm letztens vorgestellt hat, so ein leicht nüchternerer franco-belgischer Stil, so hat dieser Stil auf mich gewirkt. Ich habe nur ein paar Bilder online gesehen und mir war jetzt aus den paar Bildern, das war jetzt auch recht aus dem Zusammenhang, nicht komplett klar oder ersichtlich, ob das unterschiedliche Menschen gezeichnet haben oder ob das ein Mensch war, der da alles gezeichnet hat, also ich hatte von ein paar Bildern, die ich gesehen hatte, ein bisschen den Eindruck, dass das eventuell auch unterschiedliche Menschen waren, aber das scheint ja nicht so zu sein und hatte gerade bei dem einen Bild, das ich gesehen habe, so das Gefühl, ja das ist ein bisschen sehr so Talking Heads, also irgendwelche Dialoge, die halt von Köpfen mir aufgesagt werden, die als Prosa-Text nicht schlechter funktioniert hätten, als jetzt in so gezeichnet, aber wie gesagt, das war jetzt einfach ein sehr, 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 sehr kleiner Ausschnitt, den ich da nur gesehen habe. Also als du dann auch gesagt hast, so Sachcomic, da kam es mir dann auch schon so ein bisschen vor, ja gut, das, ich kenne jetzt die Menschen nicht, ich weiß jetzt nicht, wie stark die im Comic anders vertreten sind, was die sonst so vielleicht an Comic gemacht haben, aber mir wirkt das so ein bisschen wie eben so Wissenschaftscomics, die das Medium Comic irgendwie hernehmen, um eventuell einen Sachverhalt leichter verständlich zu vermitteln, aber nicht besonders gut aussehen. Morissette Fan hat aber auch für Marvel einiges gezeichnet, Star-Lord, Wolverine und X-Man, da hat sich wahrscheinlich der Zeichenstil eher so diesem Sachbuchstil unterworfen und ja, für mich kam es teilweise auch vor wie so zwei unterschiedliche Zeichner, aber das ist dann eben, wenn Frankenstein referenziert wird oder wenn was anderes referenziert wird, da musst du halt schon eine gewisse Dynamik dann in den Zeichenstil reinbringen, da kannst du dann nicht mehr mit dem Sachbuchstil kommen. Ja gut, das ist ja auch ganz cool, wenn er dann eben entsprechend je nachdem, was gerade besprochen wird, den Stil dann auch anpasst und verändert und dadurch bleibt es vielleicht ja auch frischer und interessanter. Wie gesagt, ich habe nur sehr, sehr kleine Ausschnitte gesehen, also ich möchte da jetzt keine echte Meinung irgendwie dazu kundtun, dafür kenne ich jetzt einfach das Buch. Ich habe jetzt gerade auch mal gegoogelt, die Zeichnungen zu X-Men und Star-Lord und so, die sehen schon deutlich anders aus und haben vielleicht ein bisschen was Statisches, aber sind schon dynamischer. Andi, Sachbuch, Sachcomic zu Science-Fiction, ist dein Thema oder nicht? Ich bin ja immer ganz hin und her gerissen. Ich habe ganz nah gedacht, ich wäre voll der Science-Fiction-Fan, weil ich ja so viel gesehen habe und so viele Comics gelesen und ich mag den ganzen Schessel, ja, und dann habe ich Leute kennengelernt in meinem Filmredaktionsumfeld, ey, die stecken mich mal sowas von in die Tasche. Wir haben eben nicht bloß Star Trek, Star Wars und ein bisschen Expanse gesehen, die kennen einfach den absurdesten Quatsch, ja, und das fängt schon damit an, dass die zum Beispiel Science-Fiction-Bücher lesen, die es ja auch nicht wenige gibt. Es gibt hier einen Sci-Fi-Stammtisch bei mir in der Nähe, den ich tatsächlich auch schon mal besucht habe, alle super sympathische Menschen, liebe Grüße an den Darmstädter Sci-Fi-Club und so. Kurzum, ich hätte da schon Interesse, aber mich erschlägt immer zu viel Text und ich habe nicht Bock auf viel Text. Wenn ich richtige Sachbücher zu Comics lesen will, dann hole ich mir richtige Sachbücher zu Comics und nicht so eine Mischung. Insofern ist das für mich gar nicht so mega spannend, gerade weil ich auch schon an anderer Stelle gehört habe, dass die Auswahl der, sag ich mal, Science-Fiction hier getroffen worden ist, der selektiv ist. Muss sie auch sein, aber vielleicht an der falschen Stelle. Breedsohn, du bist ja auch ein Science-Fiction-Typ. Hast du von dem Buch schon was mitbekommen vorher oder ist das für dich neu? Noch nie gehört, aber ich würde auf jeden Fall mal reinblättern, wenn ich das irgendwie in die Finger kriege. Ich möchte auch nochmal betonen, Fandom ist übrigens auch kein Wettbewerb, also man kann auch Science-Fiction-Fan sein, ohne sich messen zu müssen mit wer weiß mehr und wer ist da schon länger drin. Also ich bezeichne mich auch als Science-Fiction-Fan und ich würde mit deinen Stammtischleuten auch nicht mithalten können und bin jetzt auch erst kürzlich tatsächlich in Science-Fiction-Prosa-Literatur auch eingestiegen, so lange ein Genre, oder das ich nicht gut lesen konnte, nur gut schauen konnte, sei es im Comic oder im Film oder in der Serie. Aber ja, also wie gesagt, es ist kein Wettbewerb. Natürlich, lieber Andi, ganz recht, hast du völlig recht, ich stünde mir auch uneingeschränkt zu, dennoch möchte ich meine Bewunderung für diese Menschen formulieren. Ich habe wirklich schon viel Zeit in Science-Fiction investiert und ich bin trotzdem sehr beeindruckt von dem einfach popkulturellen Wissen mancher Leute. Ja, das möchte ich auch nicht kleinreden, Expertenwissen ist immer eine faszinierende Sache. Was ich nochmal hervorheben möchte, ich fand gut, dass man dieses Science-Fiction und wie es die Wissenschaft beeinflusst hat, den Kontrast fand ich sehr gut herausgearbeitet in dem Comic und von daher fand ich das vollkommen okay, aber wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Umfang hätte man das auch ein bisschen entschleunigen können. Das ist ja ein Thema, das wir auch kürzlich in das alles besprochen haben, die Folge ist noch nicht veröffentlicht zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diese Comic-Cookies-Folge aufnehmen, keine Ahnung und das hat sich auch ein bisschen so eine Science-Fiction Spezialfolge, weil ich eben gerade ein paar Sachen gelesen habe und einen Haufen Zeuge recherchiert habe und so und gerade so dieses wie Science-Fiction Wissenschaft oder Technik beeinflusst, ist ja auch ein sehr, sehr aktuelles Thema durch diese ganze Meta-Geschichte und das Metaverse und die Facebook-Company und der Roman Snowcrash von Neil Stevenson, wo der Begriff Metaverse erfunden wurde und wie Entwickler Science-Fiction auch gerne mal falsch verstehen und nicht kapieren, dass das Dystopien sind und dann meinen, sie müssten es trotzdem im wahren Leben erschaffen. Also naja, gut, ich will nicht abschweifen. Bleiben wir beim Comic-Thema und bleiben wir bei Genre-Thema, gehen weg von der Science-Fiction und bewegen uns zum Märchen, ja, würde ich sagen. Und zwar stelle ich vor den Band Snow Glass Apples und der ist im Deutschen erschienen bei Splitter und zwar dieses Jahr 2021, im Original 2019 bei Dark Horse. Die Credits in der deutschen Ausgabe heißen Erzählung und Texte Neil Gaiman, Adaption und Illustrationen Colleen Duran, Farbassistenz Val Trullinger oder Trullinger und das deutsche Lettering ist von Dirk Schulz. Das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte, die Neil Gaiman in den 90ern geschrieben hat. Die ist das erste Mal 1994 erschienen. Ich habe so ein Kurzgeschichten-Sammelband von 98, Smoke and Mirrors. Da ist die Geschichte auch drin und habe jetzt dann eben auch in der Vorbereitung die Kurzgeschichte, die Original-Kurzgeschichte zuerst gelesen und dann direkt im Anschluss diese grafische Adaption, möchte ich es mal nennen, inwiefern es ein Comic ist. Das lässt sich wahrscheinlich diskutieren. Ich würde da jetzt aber auch nicht stark dagegen reden. Also das ist schon ein Comic. Es ist eine postmoderne Schneewittchen-Variation. Es ist eine aus einer Ich-Erzähler-Perspektive und zwar aus der Perspektive der Stiefmutter erzählt, die ja so im Original-Schneewittchen als die Bösewicht-Figur betrachtet wird, die Stieftochter, die das Schneewittchen umbringen will und dann eben natürlich das Happy End mit dem Prinzen und Schneewittchen, das wiederbelebte Schneewittchen und in der Originalfassung dann eben auch mit dem Tod der Stiefmutter endet. Und wie gesagt, das ist jetzt also ein Umkehr, des Blickes in der Geschichte erzählt aus der Stiefmutter-Perspektive, wo das Schneewittchen nicht das unschuldige, kleine, liebe Mädchen ist, das von der bösen Stiefmutter vertrieben wird beziehungsweise die den Jäger beauftragt, das Mädchen zu töten im Walde, sondern wo das Schneewittchen ein Vampirwesen ist, ein bösartiges, das also alles andere als unschuldig und lieb ist und die Stiefmutter eigentlich versucht sich und auch das Reich zu retten, indem es dieses Monster Mädchen töten lässt und die Geschichte vollzieht sich eigentlich schon so, wie man sie kennt, also die Stiefmutter als junges Mädchen heiratet den König und dann gibt es da diese Tochter, der König stirbt, die Stiefmutter übernimmt die Königinnen Position, sie lässt das Kind töten, das Kind überlebt aber, lebt im Wald bei den Zwergen, das stimmt so weit alles, aber sie ist eben ein Wesen, das vom Blut von anderen lebt, also die dann auch im Wald räubert, dort das Leben immer weiter schwächt, das wird dann erzählt, dass der Markt in der Stadt von Jahr zu Jahr immer kleiner wird, weil eben keine Reisenden mehr kommen, weil die Völker aus dem Wald nicht mehr kommen, weil dort eben die Leute auch wegsterben, beziehungsweise eben dieses Grauen im Wald da auch haust, woraufhin dann die Stiefmutter eben in den Wald geht, um das Kind mit dem Apfel zu Sarg bauen, dann kommt der junge Prinz vom Nachbardorf, der dann erst bei der Stiefmutter vorstellig wird, dann im Wald das Schneewittchen findet und wieder erweckt und dann tauchen die zwei eben am Ende im Schloss auf und bringen die Stiefmutter um und verbrennen sie in einem Ofen, also soweit ist die Geschichte gleich, nur eben dass das böse Kind ein wahres Monster eben ist, eine Vampirkreatur, ist jetzt keine direkte Vampir, also zumindest je nachdem, nach welcher Vampirlore man sich richtet, also sie, es wird zwar erwähnt, dass sie eher am Tage schläft und Tageslicht nicht so gut verträgt, aber sie gibt es nicht direkt in Flammen auf, wenn irgendwie dem Tageslicht ausgesetzt ist. Ich mag solche postmodernen Umkehrungen von bekannten Geschichten sehr gerne, also New Game in der Originalgeschichte macht das auch ganz ganz toll, man erkennt viele Elemente dann auch wieder, die jetzt nicht direkt auf einem Silbertablett präsentiert werden, wenn man aber die Originalgeschichte gut genug kennt, dann erkennt man eben, ah okay, jetzt sind die Zwerge auf dem Markt und kaufen irgendwie Kristalle und Glasteile und so, dann weiß man schon, okay, es wird jetzt dieser Glassack gebaut, den wir aus der Originalgeschichte kennen, die Geschichte ist ja nun mal auch aus der Perspektive der Stiefmutter erzählt, also wirklich als Ich-Erzählung, von daher weiß sie eben natürlich auch nicht alles, also sie erzählt dann, dass die Zwerge auftauchen und diese Materialien kaufen, aber sie weiß natürlich nicht, dass da jetzt irgendwie dieser Sarg daraus gebaut wird, dementsprechend kann sie das in dem Moment auch so nicht sagen, obwohl es in der Geschichte trotzdem verschiedene Momente gibt, wo sie dann so sagt, ich kann mir nur vorstellen, dass es so und so gewesen ist und dann eben etwas erzählt. So, jetzt geht es mal um die grafische Adaption der Geschichte. Colleen Duran, Comiczeichnerin, die schon verschiedene eigene Sachen gemacht hat, aber auch mit anderen Leuten Kollaborationen gemacht hat und hier eben in dieser Reihe, dieser Adaption, also Neil Gaiman war wohl schon auch mitbeteiligt am Entstehen dieses Comics, hat also da auch Input gehabt, auch bei der grafischen Umsetzung der Text selbst ist, soweit ich das jetzt sehe, aus dem eigenen Lesen, also ich habe den Comic auf Deutsch gelesen, die Originalgeschichte in Englisch, aber das scheint eigentlich der Originaltext recht eins zu eins übernommen worden zu sein, vielleicht nicht in Gänze, aber von der Sprache her scheint es mir schon so, dass da jetzt nicht groß was umgeschrieben wurde, sondern wirklich einfach nur die Geschichte zumindest in Teilen ich habe jetzt auch nicht überprüft, ob es eins zu eins der komplette Text ist, das wird aber von der Länge her wahrscheinlich nicht hinhauen, genau, aber textlich scheint da jetzt nichts verändert worden zu sein und dann eben grafisch illustriert das, was wir im Text erzählt bekommen. Colin Durand bezieht sich in der grafischen Gestaltung auf einen irischen Künstler namens Harry Clark, der hat 1889 bis 1931 gelebt, das ist auch im Band vorne so erwähnt und dann im hinteren Teil gibt es dann noch so einen Anhang mit Skizzenzeichnungen von Colin Durand, die sie selbst auch kommentiert und wo sie eben auch darauf eingeht, wie sie hier von Harry Clark beeinflusst ist in der Kunst. Harry Clark war ein Illustrator, ein irischer Illustrator, der Buchillustrationen gemacht hat und auch Glasmalerei, Fensterscheiben, die man so in Kirchen findet und sie hat versucht in ihren eigenen Zeichnungen, in ihrer eigenen Gestaltung der Seiten, diesen Stil in gewisser Weise nach zu empfinden. Also es sind viele Seiten, die wirklich so als ganze Seite gestaltet sind, also die nicht in Panel aufgebrochen sind, sondern einseitige mehr oder minder Illustrationen sind und wo man auch sehr gut sieht, wie so die Bildgestaltung wirklich solche Glasmalerei und solche Kirchenfenster nachempfindet. Also das ist sehr, sehr schön gezeichnet. Sie hat einen recht filigranen und detailreichen Stil. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also es ist ein recht hübscher Band. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan der Kolorierung. Das ist jetzt nicht so ganz meine Farbgebung. Das ist mir teilweise ein bisschen zu lieblich. Das könnte mir teilweise doch sogar noch flächiger sein. Es gibt so einzelne Panels, die so wie wirklich so in ja so mittelalterliche Buchillustrationen diese extreme Flächigkeit und wo das 2D einen auch schon anspringt. Das so nachmachen, das finde ich sehr, sehr gut. Die Hauptillustration ist dann schon mit Schattierungen auch angelegt und mit einem gewissen 3D-Effekt für meinen persönlichen Geschmack. Dürfte das gerne noch flacher sein. Aber an sich wie gesagt die Seitengestaltung da also wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht und auch der Text quasi wirklich gut umgesetzt und bildlich wiedergegeben. Was mir nicht so gut gefällt ist die Einbindung der Textboxen, weil da keine echte Einbindung eigentlich so richtig da ist. Es ist eben wie gesagt der Originaltext aus der Geschichte also von daher es ist zwar eine Ich-Erzählung also es ist schon gesprochener Text, aber eigentlich ist es halt einfach Prosa Fließtext und es gibt im Band an ein paar wenigen Stellen auch echte Dialog-Sprechblasen wo dann tatsächlich Figuren die auf der Seite dargestellt sind eben auch Worte aus ihrem Mund kommen lassen ansonsten ist es eben dieser Erzähltext und dieser Erzähltext ist in eckigen Boxen die doch so ein bisschen auf die Seiten aufgeklebt wirken also es wäre für mein Empfinden schöner gewesen wenn das tatsächlich in die Gestaltung der Seite mit eingeflossen wäre also wenn auch die Textboxen gestalterisch eingebunden wären irgendwo auf der Seite platziert sind auch wenn die sicherlich mit Bedacht platziert sind von einem professionellen Letterer das möchte ich nicht in Abrede stellen aber wie gesagt also noch schöner wäre es wenn das auch als Design Element in den Seiten anders mit eingebaut gewesen wäre also Comic gut schön gestaltet wer die Kurzgeschichte kennt wird das hier glaube ich auch gutieren können und adäquat umgesetzt sehen wer die Kurzgeschichte nicht kennt möchte ich die auf jeden Fall empfehlen sei es jetzt in der Variante als dieser Comic Band oder eben in der Original Kurzgeschichte hat mir sehr gut gefallen der Comic ist mir empfohlen und ausgeliehen worden von meinem lieben Freund Dirk was mich dann eben zum Anlass gebracht hat die Kurzgeschichte nochmal zu lesen und diese Adaption abzugleichen und das möchte ich als gelungen kritisieren kritisieren ist kein gutes Wort im Zusammenhang rezensieren ich weiß dass der Patrick auf jeden Fall auch den Comic gelesen hat was war denn dein Erlebnis mit dem Band also kommen wir jetzt erstmal auf die Textboxen das wirkte auf mich auch so ein bisschen als hätte man da so ein Post-it reingeklebt ohne das jetzt abwertend zu meinen ich hätte mir da eher gewünscht dass man sich da an der Veröffentlichung von Stardust orientiert hätte oder von Sandman Traumjäger da hat man das eben wie so Bildbände gestaltet wo dann der Text nicht wirklich reingehämmert wurde sondern organisch dann an der anderen Seite war und man dieses große Gemälde quasi auf der linken Seite gesehen hat und den Text auf der rechten Seite so hätte sich das für mich auch organischer eingefügt trotzdem ist dieser Band und das ist jetzt schon der vierte oder fünfte Band der Neil Gaiman Bibliothek den wir hier in dem Podcast besprechen diesmal von Splitter veröffentlicht der ist wirklich ziemlich schön aufgemacht also das sieht wertig aus mit der ganzen Eingestanz Zeit und diesen Alben Format und ja ich habe das auch richtig schön gefunden also das war wirklich eine Geschichte eine düstere Märchen Interpretation wo es wirklich gar keinen Sympathieträger gab die Königin war ein bisschen weniger böse aber trotzdem ist das eine die Mord befiehlt und diese Schneewittchen Version die war halt wirklich wie so ein Monster inszeniert und es gab wirklich keinen Charakter wo du denkst oh Gott das ist jetzt der eine Sympathieträger im Märchen sondern nee die haben wirklich alle Dreck am Stecken es geht dann ja auch eben nicht nur darum dass sie dieses Vampirwesen ist es geht auch noch um Nekrophilie es geht um Inzest es geht um ganz viele Themen also dieser jüngere Prinz der dann später auftaucht der kommt dann eben zur Königin zur Stiefmutter und es schwebt so im Raum dass man quasi die Reiche vereinen könnte dass also quasi Hochzeit anstehen könnte wenn man sich gut versteht und dann geht sie des Nachts auch in seine Kammer und er ist auch durchaus interessiert jetzt mit ihr Sex zu haben aber hat da so gewisse Vorstellungen sie soll sich erst mal vor das Fenster stellen nackt damit ihr Körper ganz ganz kalt wird und dann soll sie sich hinlegen und nicht bewegen die Augen die Augen offen halten aber nur die Decke anstarren und die Hände so über der Brust verschränken und sich dann nicht bewegen also er hätte gern Sex mit Leichen heißt das in dem Moment und das kann sie so nicht ganz leisten weil sie dann doch auch Lust empfindet und sich bewegt und dann reitet er in den Wald und dann findet er dort den gläsernen Sarg und das tote Schneewittchen und denkt sich Mensch entweder weil sich dann eben das verkantete Apfelstück im Hals rausbewegt oder was auch immer und das ist dann so ein Teil der Geschichte den die Stiefmutter eben nur so erzählt wie sie sich vorstellen kann was passiert ist weil sie selber nicht dabei war das ist ein Moment wo sie auch sagt ich war nicht dabei weiß nicht was passiert ist aber es könnte so gewesen sein so so stelle ich mir vor dass es passiert also das sind Themen die eben auch mit verhandelt werden auch dass der Tod des Königs durch die Tochter eigentlich herbeigeführt wird also dass er immer mehr Narben am Körper auch hat weil sie sich eben das Blut von ihm auch holt und so und also sehr düstere Themen die hier wie gesagt in dieser Umkehrung des Märchens und wir wissen ja so Original Versionen von solchen Märchen sind ja an sich auch gerne schon mal ein bisschen düsterer gibt ja dann nochmal Abwandlungen mit weniger Tod und anderen Enden und so aber diese noch düstere Umkehrung bringt da einfach eine spannende Variation finde ich und einen interessanten Blick und das ist so ein bisschen das ist vielleicht nicht ganz das was sich der Andi mit Asterix wünscht aber so ein bisschen in die Richtung geht es vielleicht dass hier eben eine düstere Variante einer bekannten Kindergeschichte erzählt wird Andi ist das interessant für dich du hast Kinder ich weiß nicht wie stark dein Zugang zu Märchen da heutzutage ist vielleicht werden bei dir auch Märchen vorgelesen oder nicht oder so wie stehst du zu dieser Geschichte Ja also das per se ist insofern schon mal geil weil es ja quasi diesen neuen Spin auf ein mir natürlich bekanntes Märchen hat es ja letztlich einfach eine Erweiterung des Schneewittchen Universe und das ist ja schon mal gar nicht so schlimm finde ich ja ansprechend und so muss jetzt aber sagen dass es mich optisch gleichzeitig fasziniert aber irgendwie auch nicht so richtig es ist ja genau das was wir auch schon irgendwie gefühlt gesehen haben in den anderen Sachen der Game & Bibliothek also wenn ich mir die Leseproben so grob in Erinnerung rufe weiß ich nicht ob das nicht vielleicht sogar dieselbe Zeichnerin gewesen ist keine Ahnung das ist thematisch ein bisschen schwierig ich finde diesen düsteren Ansatz gut und hoffe dass ich nicht zu sehr die Fantasy Schiene bediene die mich eher so ein bisschen abschreckt und ja dieses optische ich mag halt das Detailverliebte damit kannst du mich halt wirklich locken da kann ich mich richtig rein verirren und jetzt habe ich hier Bilder die finde ich total toll in der Leseprobe da sehe ich keine Ahnung diesen König scheinbar und irgendwie diese Blumenfrau und so das finde ich ganz toll aber dann habe ich auch wieder andere Bilder von einem König der sein Baby sein weißes Baby in der Hand hält und das sieht irgendwie nicht zu Ende also irgendwie von den Proportionen her gefällt mir das wieder nicht das sind eher die Details die mich locken also kurzum ich bin sehr hin und her gerissen bei der Frage ob ich das lesen würde und bin auch wieder der Meinung dass 64 Seiten Hardcover 20 Euro schon ganz schöner also ganz schöne teure Geschichte ist ja ist schon klar also in dem Sinne dann schon ein Liebhaber Ding was das jetzt preislich für so ein Hardcover Band angeht hat er ja schon gesagt der ist schon sehr schön gestaltet ich finde auch von der Cover Gestaltung her den Band wirklich sehr toll ich finde auch dass die Cover Illustration auch eher in die Richtung geht die ich vorhin beschrieben habe so dieses flachere was auch noch mehr nach so Buch Illustration des frühen 20. Jahrhunderts oder eben Kirchenfenstern auch aussieht und dann eben diese doch relativ moderne 3D Kolorierung dem Ganzen so einen leichten Touch mitgibt der mich auch nicht 100% mich in die Seiten verlieben lässt auch ein bisschen wechselhaft also wie gesagt manche Seiten sind da eben doch noch mehr so in dem Stil der mich anspricht ich glaube die meisten anderen Bände ich habe die nicht gelesen so aus dieser New Game Bibliothek aber ich weiß dass es diverse Bände diverse Adaptionen von Picric Russell ja auf jeden Fall gibt der auch sehr einen recht filigranen detailverliebten Stil hat der Patrick hat da auf jeden Fall mehr davon gelesen ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht dass Colleen Duran noch andere gemacht hat könnte es jetzt aber auch nicht wirklich 100%ig beschwören Breedstorm wie schaut es bei dir aus Märchen Schneewittchen Neil Gaiman spricht dich das an Neil Gaiman ja aber bei dem Preis da muss ich nochmal tief in mich gehen aber ist das das ist doch kein ungewöhnlicher Preis für ein Splitter Hardcover oder ja aber die Einstiegshürde ist dann schon sehr hoch erstmal man könnte schon sagen dass die grundsätzlich überteuert sind ja ich meine es natürlich also klar es kommt natürlich dann immer darauf an wie sehr interessiere ich mich jetzt für den einzelnen Band also klar wenn ich nur so halbes Interesse daran habe dann sage ich ja gut das ist mir jetzt zu teuer wenn ich starkes Interesse daran habe dann sage ich wahrscheinlich die 20 Euro kann ich mir schon mal leisten vielleicht kaufe ich jetzt auch sowieso nicht jeden Monat fünf Comics dann passt es irgendwie dann schon mal klar also meine Preisgestaltung gerade bei so Hardcover Bänden die sind sicherlich nicht günstig in der Herstellung haben keine unendlich hohe Auflage das heißt kann man eben nicht so günstig anbieten wie den neuen Asterix wo man genau weiß wie viel tausend oder hunderttausend mal oder zehntausend mal man den verkauft und dann entsprechend auch für sieben Euro verkloppen kann das kann Splitter da natürlich nicht leisten aber klar also verstehe ich ich habe ihn jetzt ja auch geliehen bekommen ich habe ihn auch nicht gekauft hätte ihn auch nicht gekauft aber ja also für Liebhaber geht es wahrscheinlich in Ordnung für nur so halb Interessierte klar ist 20 Euro dann natürlich dann schon eine Hürde aber sieht wahrscheinlich hübsch im Regal aus wenn man es dann mal hat hattest du erwähnt dass der 2020 einen Eisen Award gewonnen hat die Preise habe ich noch nicht erwähnt genau der hat einen Eisen Award gewonnen für beste Adaption irgendwie sowas und hat auch einen Bram Stoker Award gewonnen das finde ich eigentlich in dem Zusammenhang noch viel interessanter Bram Stoker Award ist so der amerikanische Horror Literatur Preis oder der Oscar für Horror Literatur und die haben eben mittlerweile auch eine Graphic Novel oder Comic Kategorie oder wie auch immer sie es nennen und da wurde dieser Band auch mit dem Bram Stoker Award ausgezeichnet von dem Neil Gaiman ja auch nicht wenige hat also ja gut der der hat natürlich auch allein schon mit Sandman diverse Preise gewonnen wenn ich mich recht im Sinne hat Sandman damals irgendwie den World Fantasy Award oder so gewonnen als erster Comic überhaupt und danach wurden dann wohl auch die Regeln angepasst dass Comics dann nicht mehr nominiert werden dürfen oder so aber das ist mittlerweile auch schon weiß ich nicht 30 Jahre her oder so das mag mittlerweile jetzt auch wieder ganz anders sein aber ja genau also Gaiman hat ja immer in den 90ern halt genau gehen wir weg von Neil Gaiman gehen wir zurück nach Kanada und Breedstorm und hören uns was zu Peepshow an ja mein erstes Comic von Joe Matt du hast es schon angesprochen Kanada da hat er 1988 bis 2002 gewohnt ist aber Amerikaner und wohnt jetzt wieder in Kalifornien aber natürlich die Phase wo er mit Chester Brown und Seth zusammen unterwegs war durch die Kneipen gezogen ist und die sich gegenseitig therapiert haben hat auch ihn stark beeinflusst ich habe jetzt übrigens gelesen auf Wikipedia er war illegal sogar in Kanada also was es alles gibt und hat dort sein Geld als Zeichner verdient hatte seine eigene Serie namens Peepshow und wahrscheinlich heißt die nicht Peepshow weil da ungeheimlich viel drin gestrippt wird sondern es geht darum dass er halt sehr deutliche Einblicke in sein Leben ermöglicht wie es auch Chester Brown getan hat bloß hier ist die Ausrichtung eine leicht andere er hat nämlich eine Freundin diese Freundin namens Trish lebt gelegentlich mit ihm zusammen die ist vor kurzem umgezogen und deswegen sehen sie sich meistens nur am Wochenende und es ist eine sehr problematische Beziehung die jungen Leute würden heute sagen es ist eine toxische Beziehung weil also generell fehlt beiden Geld um viel machen zu können um viel ausgehen zu können durch die doppelte Miete und seine diversen Touren mit den anderen Zeichnern ist er da immer etwas klamm und das ist eine große Schwierigkeit zwischen den beiden und auch die unterschiedlich ausgelegte Sexualität ist was zwischen den beiden auch er wurde sehr christlich erzogen und hat dann irgendwann dem Christentum den Rücken gekehrt und ist jetzt deutlicher Befürworter von Pornografie was Anfang der 90er bedeutet hat er brauchte einen Videorekorder also das ist eine sehr große Offenbarung wenn sein Vermieter ihm einen Videorekorder leiht und er in die Videothek gehen kann und sich so ein paar Filme ausleihen kann und sich so ein bisschen beruhigen kann unter der Woche weil also Sexualität spielt für ihn eine sehr große Rolle und auch die Unanie er hat zwar seine Freundin aber wie gesagt dadurch dass die sich öfter streiten läuft es nicht besonders gut und er hat auch und er hat auch wenn die dabei ist sehr große Faszinationen für andere Frauen in diesem Fall ist es seine besondere Vorliebe dass er exotische Frauen sehr gut findet das ist übrigens das Gegenteil von Chester Brown der einmal enttäuscht ist dass sich in einem Playboy eine exotische Dame befindet weil er das optisch nicht gut findet und sich dann Gedanken macht ob er Rassist ist bei Joe Matt ist es genau umgekehrt er hat da ein absolutes Faible dafür wenn da auch nur der Hauch von irgendwas Exotischem dabei ist in der Optik und so kommt es dazu dass er teilweise die Freundin oder Kolleginnen von seiner Freundin versucht anzugraben mit mehr oder weniger Erfolg und dass er einfach Damen auf der Straße sieht die er einfach toll findet und sofort quasi in die verliebt ist und die in seine Fantasien mit einbezieht seine Fantasien lebt er meistens allein für sich in seinem Bett allerdings eher aus und da ist er auch sehr schonungslos bei der Darstellung also das ist ganz klar dass da sehr sehr viele zerknüllte Papiertaschentücher rumliegen und er liegt halt unbegleitet unter der Decke und ja auch da gibt es manchmal Schuldgefühle aber du hast halt auch Phasen wo er ja sich selber so zeichnet dass er halt ja wie in so einem Rausch dann irgendwelche Fantasien auslebt und auch da das ist schon wieder sehr sehr merkwürdig ja dass er da so deutlich hingeht es geht sogar so weit dass häusliche Gewalt dargestellt wird also sie streiten sich irgendwie mal wieder über Geld über die Arbeit und so weiter und im nächsten Panel hat dann die Dame ein blaues Auge und Seth wäscht ihn wie so oft in der Kneipe dann den Kopf und sagt ihr könnt euch kannst die doch nicht hauen und so weiter und so fort das macht man nicht und er sagt ja gut eigentlich ist es eher so dass ich meistens von ihr verprügelt werde also es ist wohl gegenseitige häusliche Gewalt in diese Beziehung eine Ebene die er da auch immer wieder reinbringt ist dass Leute seine Comics natürlich auch kaufen können wo er sein Leben autobiografisch verarbeitet und sich dann teilweise wiedererkennen was zum Beispiel seiner Freundin Trish gar nicht gefällt wie sie dargestellt wird und auch er lernt später einen Fan kennen und auch dessen Freunde die er auch hervorragend findet auch die werden dargestellt und das gefällt dem natürlich auch wieder nicht was mich jetzt sehr interessieren würde wie viel ist da jetzt wirklich autobiografisch und wie viel hat er jetzt noch dazu gedichtet weil er hat schon gesagt ja klar er ist Crump Fan er möchte die Leute auch unterhalten also dass die Leute lachen und über ihn lachen das ist natürlich das ist natürlich seine erste Botschaft gewesen und so hieß der Band also dieser Sammelband von seinen Peepshow Comics in Kanada auch nicht Peepshow sondern The Poor Bastard also und damit meint er natürlich sich selbst es ist zeichnerisch es ist sehr nah dran an Crump also zumindest näher als Chester Brown er ist deutlich detailreicher aber auch er hat halt schon so seine typische Panel Gesichtsform wo er halt mit seiner Brille dem hohen Haaransatz mit den hinten längeren Haaren und sich ewig meistens grinsend darstellt also das kommt schon sehr sehr oft vor aber er variiert das zum Beispiel deutlich mehr als es Chester Brown in Paying for It getan hat es ist ja also bei Chester Brown ist der Lachfaktor einfach weniger also er legt es hier schon deutlich drauf an dass da ein paar gute Gags da drin sind und ja auch da ist wieder so ein bisschen Fremdschämen angesagt wenn jemand versucht ihm dann also Trish verlässt ihn dann irgendwann und er sucht dann händeringend wieder nach einer neuen Gefährtin ist dann aber trotz dass er eigentlich auch nicht viel zu bieten hat muss man ganz klar sehen sehr sehr wählerisch also er braucht eigentlich rein optisch hat er die Anforderung es muss was exotisches dabei sein und er kriegt dann eine junge Dame die sehr schmal ist und rothaarig mit Sommersprossen angepriesen und da windet er sich drum obwohl er sie in dem Comic ja selber als einfach eine sehr nette und auch eine sehr hübsche Dame darstellt aber er zeigt halt ja er zeigt halt seine seine Präferenz da anders an als sie ihm da gegeben wird und so könnte sich vorstellen dass das natürlich auch nicht besonders erfolgreich ist mit den beiden es ist ein Einblick auch hier wieder in die Welt ja eines eines zu der Zeit nicht besonders erfolgreichen Zeichners und es hat mich aber so gut unterhalten dass ich auf jeden Fall noch mehr davon lesen werde ist ein bisschen schwierig in Deutschland mehr Material zu finden der Band hier Piepshow ist bei Edition 52 erschienen und zwar 2007 und ist der einzige Band von Jomet der auf Deutsch erschienen ist deswegen muss ich mich da wohl an das ein oder andere US Trade ran machen ich weiß Andi würde es wahrscheinlich gern lesen und ja wird es jetzt Chester Brown was du als nächstes liest oder dann doch Jomet ich muss einfach irgendwann mal diese Kanadier nachholen ja ich wollte ich auch eh schon dann jetzt wäre jetzt meine erste Frage gewesen welchen von den zwei Bänden heute würdest du als als erste Empfehlung also wenn man jetzt beide nicht kennt und vielleicht auch von beiden Männern noch nichts gelesen hat von deinem heutigen Double Feature oder was was wäre so der der A-Film und was wäre der B-Film also dann wäre es tatsächlich Jomet als A-Film weil der Umfang ist halt auch riesig also du hast immer sechs Panels pro Seite und mit diesen sechs Panels da wäre der andere Band ja schon fast komplett gefüllt ja also hier liest man wirklich sehr lang dran es bietet deutlich breitere Einblicke in sein Leben als es bei Chester Brown ist da ist immer so ein bisschen Motto Show also einmal geht es um Prostituierte einmal um seine Playboy Sammlung und hier ist das sehr breit gestaffelt und du siehst einfach sein komplettes Leben also da hat man wahrscheinlich unterm Strich mehr von Patrick hast du irgendwas zu sagen zu Piepschau genau dasselbe was du eben gesagt hast ich sollte mich wohl echt mal an den Kanadier ran wagen es klingt alles so als würde es meinen kranken Humor treffen von daher ja klingt nach Spaß also ich würde auch vermuten dass es euch beiden gefallen wird ja ich denke auch irgendwann muss ich mal aus meiner Seth Blase raus wo ich dem jetzt auch schon lang nichts mehr gelesen habe dann möchte ich hier und jetzt sprechen über den Comic Vogelschiss die Graphic Novel gegen rechts und zu diesem Comic kann man sehr viel sagen und zunächst erst mal möchte ich sagen dass das ganze Ding von Frauke Bahle und Julian Waldvogel ist und die zusammen nennen sich irgendwie Guano Project oder so und das ist aus mehreren Gründen für mich persönlich eine absolute Überraschung weil ganz ehrlich ich bin ja auch sehr von mir selbst überzeugt und ich glaube immer ich kenne alles schon und so aber ich habe weder von diesem Projekt noch von der Kickstarter Kampagne noch von dem Comic noch von den unzähligen Leuten die hier als Unterstützer genannt sind jemals gehört und das hat mich ein bisschen überrascht dennoch habe ich irgendwie vor nicht allzu langer Zeit einen neuen Podcast entdeckt der nennt sich einfach nur Comic Nachrichten und die machen 10 bis 15 Minuten aktuelle Dinge zu Comics und vor allem so deutschsprachigen Sachen da war die Rede von Vogelschiss und deswegen habe ich mir den bestellt Was ist Vogelschiss Vogelschiss ist genau das was drauf steht nämlich ein Comic der sich ja wirklich voll und ganz mit dem ja mit der damit beschäftigt gegen rechts zu sein und viel eher noch er beschäftigt sich mit einer Partei und gegen diese Partei ist er also letztlich diese braune Partei mit den blauen Farben die sich für was besonderes für alternatives für Deutschland hält das aber ganz sicher nicht erzählen und etwas erleben und was genau das ist darauf kommen wir gleich noch das besondere an diesem Comic ist aber dass wir neben den normalen Panels normalen Sprechblasen die in schwarz geschrieben werden auch eine ganze Menge blau geschriebene Texte haben und diese blau geschriebenen Texte das sind Original Texte die Mitglieder dieser Partei gesagt haben und die sind dann auch mit Quellenangabe hinten dran und dann haben wir da eben ganz krasse Sachen zum Beispiel einer dieser Mitbegründer dieser Partei irgendwann mal gesagt ich habe geholfen ein Monster zu schaffen und das ist dann in den Comic mit eingewoben und ganz andere extreme Sachen die Richtung Ausrottung gehen ich lese jetzt einfach nur mal wahllos was vor ohne dass ich mich im Detail vorbereitet hätte da ist zum Beispiel ein Zitat dass hier messerstechende Migranten auf unseren Straßen herumlaufen das sind also Originalzitate die Menschen dieser Partei gesagt haben und das wird relativ smart in diesen Comic mit integriert sei es durch Dinge die Menschen sagen die zum Beispiel mit am Spielfeld dran stehen durch irgendwelche Zitate aus Fernsehberichten aus Radioberichten und so weiter und so weiter und das ist doch sehr faszinierend mit eingearbeitet wen sehen wir eigentlich um wen geht's es geht um einmal Eleni heißt die gute Frau und Eleni ist eine alleinerziehende Mutter sie hat das Problem dass in ihrer Nachbarschaft plötzlich Leute getötet werden neun Leute werden dort niedergeschossen und das aufgrund einer rechtsextremistisch motivierten Tat hinzu kommt ihr Nachbar der liebe Rudi Rudi ist ein paar Jahre älter und der ist durch und durch links der ist durch und durch auch mit den wenn man so will Strukturen dieser rechten Partei und modernem Nationalismus modernem Faschismus vertraut und hält auch entsprechend relativ spannende Monologe und diese beiden die radikalisieren sich ein Stück weit denn denen fällt auf ey guck mal hier ist Wahljahr und im Wahljahr da hat diese blaue Partei mit braunem Kern offensichtlich einen gewissen Zuspruch und die radikalisieren sich schlichtweg es gibt ganz viele Monologe wo erst mal erzählt wird warum diese Partei schlecht ist und so weiter dann passieren ein paar Dinge und irgendwann geht man dann eben auch dazu über hier wenn man so will radikalere Schritte gegen diese Partei einzuleuten motiviert aus ganz subjektiven Gründen da sind dann halt wie gesagt auch Anschläge im direkten nachbarschaftlichen Umfeld drin ist ist alles ganz krass und das kennen wir auch aus der echten Welt beispielsweise diese Hinrichtung in Hanau die es gegeben hat in dieser Shisha Bar der ein oder anderen unserer Hörenden wird das noch was sagen die sind hier eben auch wenn man so will Teil dieser Handlung ohne dass sie explizit genannt werden also ist quasi schon sehr fiktional mit aber eben auch mindestens einem Fuß in der Realität und radikalisieren heißt dann nicht dass die jetzt plötzlich linke Terroranschläge im brutalsten Sinne machen das heißt dann dass die hier einen Anschlag auf die Hauptverwaltung dieser Partei ausüben indem sie sich eine Vogelfutter Schießkanone bauen mit der fahren sie dann im dunklen zu dieser Hauptzentrale und beschießen diese mehrstöckige Parteizentrale mit Vogelfutter und was hat das zur Folge natürlich dass ganz viele Tauben auf dieser ist mega lustig dann gibt es natürlich auch so Aktionen wo sie Wahlplakate dieser Partei überpinseln neu bekleben und diesen Slogans die da draufstehen sowas wie Deutschland aber normal halt sagen wir mal neue deutlich sinnvollere Slogans verpassen das Ganze hat erst beim zweiten Mal für mich wirklich funktioniert zuerst habe ich gedacht oh krass das ist aber jetzt schon recht verkrampft hier mit diesen ganzen Zitaten oder so aber irgendwie war ich an der falschen Stimmung denn relativ schnell kam ich dann doch ganz gut rein das macht wirklich fast schon Spaß das zu lesen und relativ zeitnah gehen einem auch diese fiktionalisierten diese fiktiven Charaktere irgendwie ans Herz die alleine ziehende Mutter die mit ihren Problemen irgendwie zurechtkommen muss mit ihrem Alltag die aber auch nicht anders kann als sich diesen rechten Strukturen zu erwehren das funktioniert super und auch der Rudy eine Figur die wirklich durch und durch anti-recht ist auch die funktioniert sehr gut ich möchte jetzt mal auch wieder mal was vorlesen ein Monolog den sie hält wo sie einfach wo der Rudy das Rechte an dieser Partei erklärt die Blaubraunen verharmlosen sich selbst als konservativ um für konservative Menschen wählbar zu sein dabei tun sie alles damit die Menschen wieder Dinge aussprechen die wir nie wieder auch nur denken wollten wir müssen sie stigmatisieren als das was sie sind nämlich rechtsradikal und in Teilen faschistisch dann bleibt die emotionale Barriere erhalten die selbst erzkonservative angesichts rechter Ideologien zum Glück noch verspüren deswegen müssen wir Stellung beziehen und den Rechten die Grenzen aufzeigen jeden Tag und überall in der Bahn im Verein im Restaurant in der Familie faschismus meine Liebe ist keine Meinung faschismus ist eine Katastrophe und solche doch sehr einprägsamen Monologe die werden uns schon relativ häufig hier präsentiert ohne dass ich sie als nervig empfand in einer Geschichte die glaubhaft ist die emotional ist in einem gewissen Rahmen und die natürlich irgendwann auch den Moment hat in dem die Rechten mitkriegen was da passiert und zum wenn man so will Gegenschlag ausholen das Ganze verliert nie an Nahbarkeit und gerade eben diese ganzen Originalzitate von den Mitgliedern dieser Partei die man ja auch über weiter stecken kennt da gibt es ja auch Websites zu die die einfach auch nur sammeln wo man sich mal einen Eindruck davon machen kann was diese Faschisten von sich geben das ist sehr beeindruckend und funktioniert dann im Endeffekt doch sehr gut ein Comic den ich wirklich sehr empfehlen möchte der auch im Anhang diesen Hashtag wir sind mehr trägt und der von einer Menge Leute unterstützt wird eben auch von mir und der mir gezeigt hat eben auch wie groß die Comic Bubble in Deutschland ist und sie ist doch sehr viel größer als die Menschen die ich so direkt kenne ja ein politischer Comic Andi könntest du dir vorstellen hier mal rein zu gucken in Vogelschiss ja klingt soweit spannend interessant ich hab den auch vor ein paar Wochen ich glaube auf Instagram irgendwie mal reingespült bekommen ich weiß gar nicht mehr genau wer da was gepostet hatte und wie das war also ich hab auch nur sehr peripheres Wissen Wissen davon aber wenn du den empfiehlst und sagst der ist gut gemacht vom Thema her ist er auf jeden Fall interessant keine Frage ja würde ich würde ich schon mal in die Hand nehmen ich würde gerne noch kurz die Optik mal erläutern da gibt es nicht viel zu sagen das ist zum einen relativ cartoonesk das ist auch okay und trotzdem aber nie so krass so also die Proportionen funktionieren halt gut im Gegensatz zum Beispiel zu Asterix den ich vorhin vorgestellt habe der ja sehr mit den Proportionen auch irgendwie letztlich spielt mit großen Nasen und so weiter das ist alles hier nicht der Fall die Brille vom Rudi sieht ein bisschen lustig aus es sind mehr so wie so zwei ähm Monokel irgendwie aber keine Ahnung aber die Kolo ist auch sehr einfach also es ist vor allem blau und weiß und schwarz und hin und wieder gibt es dann davon mal Abweichungen also ganz schwarze Seiten mit krassen Kontrasten wenn was Schlimmes passiert ist oder auch eingeschobene wenige Seiten in denen so ein bisschen geschichtlich Faschismus in Deutschland dargestellt wird aber es ist nicht so mit dem Zeigefinger und nicht so von oben herab es ist irgendwie es ist einfach gut zu lesen und das will ich einfach betont haben das ist kein unangenehmes geschichtliches Wissen so danke Buzo und du liest ja gerne nochmal historische Comics die auch politisch sein können das ist jetzt was weniger historisches sondern was was zeitaktuelles ist das auch was für dich? ja ich tue mich mit dem Zeichenstil für das Thema vielleicht ein bisschen schwer wenn ich da nicht gewusst hätte um was es geht das hätte halt auch auf dem Cover von einer Bibi und Tina CD sein können halt also das ist mir dafür eigentlich ein bisschen zu cartoonig funktioniert aber gut es ist ja es ist krass gerade so wenn halt dann wirklich mal was Schlimmes passiert und dann alles plötzlich in schwarz gehüllt ist ich will nichts verraten denn so viele Seiten sind es ja nicht das funktioniert schon das ist auch beeindruckend wenn wirklich direkte Dialoge sehr emotional wirken können trotz dieser Stilistik das funktioniert hier so viel kann ich sagen also ich wäre dann tatsächlich wahrscheinlich eher wieder beim Comic das halt eine wirkliche geschichtliche Sache da reinbringt sie sie spielen ja darauf an aber also vielleicht wäre es mir ein Tick zu fiktiv das könnte gut sein es ist auch ein bisschen viel so Wunschgedanke dabei also was man jetzt gern mal mit den Rechten machen würde und so das steckt schon auch drin es ist damit auch ein bisschen übertrieben und natürlich gibt es aber auch andererseits die Absicht war es ja diese Originalzitate reinzubringen das ist so dieses dieses Gimmick von diesem Comic und das glaube ich könnte relativ schwierig werden wenn man das mit einer ja wenn man das dann mit tatsächlichen Begebenheiten so krass kombiniert Patrick trifft das dein Interesse? Sagen wir es mal so ich bin da ähnlich wie bei Breedstorm würde ich das Breedstorm können würde ich sagen ja klar da lese ich jetzt mal rein aber im Prinzip kennen wir durch Jan Böhmermann quasi diese ganzen Zitate auch irgendwie unfreiwillig durch die Popkultur mehr oder weniger und die Optik schreckt mich halt auch ein bisschen ab beziehungsweise ja es wirkt so ein bisschen echt zu cartoonig da müsste ich mehr sehen um da ein endgültiges Fazit ziehen zu können so sage ich ja für einen schmalen Teil da vielleicht reinlesen okay dann Patrick mach doch gleich mal weiter mit The Wake ja also ich habe hier einen Comic von 2014 was das ist wahrscheinlich einer der letzten Titel die noch unter dem Original Vertigo Verlag vertrieben wurde The Wake von Scott Snyder und Sean Murphy die wir auch aus ein Dutzend Batman Comics wirklich kennen und dieser Comic hat 2014 natürlich dann auch den Eisen Award für die beste Miniserie bekommen also das ist ein Band in sich abgeschlossen und es geht hier um eine Meeresbiologin die sich mit Walgesängen und Delfingesängen quasi auseinandergesetzt wird und die wird dann in Unterwasserbasis in die Antarktis geholt weil die Wissenschaftler haben ein fischartiges Meerjungfrauenwesen entdeckt dass sie studieren wollen und wie man es halt kennt bei so Unterwasserstationen irgendwann kommt es dann eben zu einem heftigen Überlebenskampf und viel mehr will ich da jetzt nicht vorwegnehmen dieser Comic hat er ist quasi zwei geteilt also zwei Parts der erste Teil das ist so dieser Überlebenskampf und beim zweiten das ist mir bei der zweiten Sichtung ein bisschen unangenehmer aufgefallen da ist dieser Überlebenskampf gar nicht mehr mehr so im Fokus sondern da ist eine recht aktuelle Öko-Botschaft drin in der Öko-Botschaft ist gar nichts verkehrt aber ich hätte halt mehr den Überlebenskampf in der Unterwasserstation gesehen weil sowas sieht man halt sonst auch recht selten aber nichts desto trotz ist das ein richtig guter Comic ein interessanter Comic Scott Snyders nee Sean Murphy Stil passt hier wirklich gut und man hat so eine Mischung aus Science Fiction und Mythologie die in dieser Story verwoben wird also auch diese Fischwesen oder Mehrjungfrauenwesen sind hier natürlich irgendwie mythologisch begründet was es mit denen aber auf sich hat will ich jetzt gar nicht mal so großartig vorweg nehmen aber es ist eine schöne kurze Dystopie es hätte für mich halt ich hätte gern mehr den Fokus auf Survival Horror gehabt aber der Band ist trotzdem gut und einer der letzten Geheimtipps wahrscheinlich von Vertigo die man noch empfehlen kann ich habe das Gefühl dass dieser Comic gar nicht mal so sehr auf dem Radar ist von vielen die auch sonst sehr vertigoaffin sind ich glaube das ist häufig schwierig mit solchen Kurzsachen weil langlaufende Serien haben dann natürlich auch Zeit entdeckt zu werden und dann so Kurzserien die gehen dann gern mal ein bisschen unter wenn sie nicht irgendwie stark gehypt werden oder sehr sehr durch irgendwas erfolgreich werden weil irgendwer besonders sie gemacht hat oder so Sean Murphy mag ich gerne als Zeichner ich habe den Band nicht gelesen habe aber auch Gutes drüber gehört mit Scott Snyder kenne ich sehr wenig weiß gar nicht was ich von dem gelesen habe wenn überhaupt irgendwas wahrscheinlich mal ein bisschen Batman oder so aber ja ist wahrscheinlich wirklich ein Geheimtipp Andi ist das was was du hast du davon schon mal gehört oder wie stehst du Snyder und Murphy auf jeden Fall gerade weil das ein tolles Duo ist kann ich mir einiges vorstellen ich habe den auch verwechselt ich dachte das wäre auch dieser du würdest heute diesen The Witches glaube ich heißt es oder so vorstellen der ist ja auch von Snyder richtig oder haben wir den nicht sogar schon mal vorgestellt keine Ahnung du meinst Witches mit Y meinst du ja genau naja auf jeden Fall ist das jetzt was was durchaus relevant wäre und ich mir durchaus mal angucken würde ich glaube allerdings ich kriege den nicht mehr für brainstormiges Geld irgendwo also ich muss den da muss man glaube ich in die Tasche greifen gerade ganz gut ja das ist halt auch länger her dass dieser Comic rausgebracht wurde also 2014 ungefähr oder 2015 der ist jetzt echt nicht so leicht zu kriegen leider aber das war halt wirklich so ein Comic den habe ich immer wieder wegen aktuelleren Sachen beiseite geschoben und heute dachte ich okay jetzt stelle ich den mal vor dachte ja komm Geheimtipps ziehen auch immer wieder mal gibt es den nur als Hardcover kann das sein ich glaube in Deutschland gibt es den nur als Hardcover aber im Englischen dürfte man den wahrscheinlich leichter zu kriegen oder das sind echt so 40 Ocken ich habe den damals für knapp 20 Euro oder so gekauft 24 Euro ja also ich habe den auch gelesen aber es hat irgendwann glaube ich nicht mehr gereicht um dran zu bleiben ich weiß gar nicht wo ich das gelesen habe möglicherweise auf Comixology und ja also es war nicht schlecht die Zeichnung fand ich auch ganz gut aber nicht so dass ich da jetzt unbedingt weiterziehen musste und das hat dich jetzt auch nicht bewegt das nochmal zu versuchen was Patrick gerade berichtet hat ne ich glaube wenn es einmal durch ist es durch schon allein dass ich mich nicht mehr erinnere welchen Format ich das gelesen habe das spricht eigentlich schon mal Bände verstehe na gut dann bewegen wir uns doch zu unserem gemeinsamen Thema A Fraction of Time von Lisa Frühbeiß ein Comic den der Andi uns vorgeschlagen hat als Thema Andi wie bist du denn auf den gekommen das ist ich will ja nicht zu weit ausholen aber kurzum die Lisa Frühbeiß das ist eine Person die kann man gar nicht positiv genug erwähnen also fangen wir mal ganz fort an kennengelernt habe ich sie bei einer Frankfurter Buchmesse sie war eine der ersten Personen die ich im Rahmen meiner Interviews so interviewt habe und im Gegensatz zu mir war sie damals schon volles Rohr im Profimodus die Frau hat wahnsinnig tolle Dinge gemacht unter anderem ist sie ja auch mit ihrem Werk Busengewunder mit dem Max und Moritz Preis ausgezeichnet worden als bester deutschsprachiger Comics Trip sie ist Feministin sie nimmt an entsprechenden Talks teil gibt aber auch Workshops ich kann mich erinnern dass sie in entweder war es Erlangen oder Lass es München gewesen sein auch einen Vortrag gehalten hat da ging es um die Darstellung von Frauen in Comics insbesondere in Superhelden Comics und da noch insbesondere mit welchen Posen die immer so dargestellt werden und spätestens seit dem Moment achte ich drauf und kann das nur unterstreichend bestätigen was sie gesagt hat dass man Frauen halt ganz oft mit so einem Buttshot sieht oder sie von der Pose einfach die sie auf einem Cover haben oder sonst wo haben immer der Po im Mittelpunkt steht oder häufig dass sie krass dünne Taillen haben dass man quasi die Po backen und die Brüste gleichzeitig sieht und ganz viele Sachen die mega unnatürlich sind und aber auch bei ich habe das zuletzt gesehen bei dem Poster für Star Trek Discovery zur dritten Staffel wo auch da die Figuren irgendwie teilweise neu positioniert wurden so dass bei den weiblichen Figuren oder den zunächst optisch also weiblich scheinenden Figuren da diese Merkmale besonders zu sehen sind kurzum die Frau ist faszinierend und auch wirklich durch und durch Profi und nicht zu Unrecht deswegen auch mit guten Preisen und Förderpreisen hast du nicht gesehen überschüttet worden und jetzt gibt es aktuell was wo sie mit dem Goethe-Institut zusammenarbeitet bzw. gearbeitet hat und da hat sie A Fraction of Time veröffentlicht und wir haben alle A Fraction of Time auf Tapas gelesen richtig? Ja Yes Patrick hast du schon jemals in deinem Leben was auf Tapas gelesen? Bis zu dem Zeitpunkt nein Vielleicht die Plattform für Webcomics die ganz vieles verbindet und vereint ich will die Frage nochmal kurz weiterreichen Bridgestone wie sieht es bei dir aus? Hast du da schon irgendwie mal was drauf gelesen? Ja dadurch dass wir eine Zeit lang Oni und Feli im Podcast haben die immer mal wieder Webcomics eingestreut haben ist mir das schon untergekommen ja Sehr gut und Lisa Frühbeiß war die dir ein Begriff? Geistert immer mal wieder durch meine Twitter Timeline glaube ich aber ich hatte noch nichts vollständig von ihr gelesen und das ist natürlich eine schöne Gelegenheit wenn man das umsonst und kostenlos einfach auf Tapas machen kann Ganz genau und Andi wie ist es bei dir? Also auf Tapas habe ich schon mal ein bisschen was gelesen glaube ich mehr so einzelne Kapitel ich glaube nicht wirklich was was längeres aber es kam ja auch schon unter und Lisa Frühbeiß auch so aus der peripheren Berichterstattung gerade natürlich auch im Zuge des Max und Mords Preises Comic Salon und so aber mit der Person selber habe ich noch keine Beführungspunkte gehabt und auch mit dem Werk soweit sonst nicht Andi magst du uns mal kurz eine Beschreibung geben worum es in A Fraction of Time geht und dann auch mal wie es auf dich gewirkt hat Sehr gern dann würde ich einfach hier auch konkret mal vorlesen was nämlich auf der Seite des Goethe-Instituts steht das ist eine Kurzzusammenfassung des Inhalts eine alleinerziehende Mutter die kreativ tätig ist und gerade vom Vater ihrer Kinder verlassen wurde zieht mit ihren beiden Kindern in das winzige Ferienhaus ihres Onkels auf einer einsamen Insel um über die Runden zu kommen während sich die Situation mit ihren Kindern und ihrer eigenen Arbeit zuspitzt findet sie einen Ausweg eine Parallelwelt die von allem abgeschottet ist als die Kinder beginnen ihr zu folgen führt dies zu einer gefährlichen Situation das ist durch und durch ein Mystery Comic und dieser Mystery Comic hat aber auch ganz viele wenn man so will Slice of Lies Elemente also gerade halt Kinder erziehen und so aber eben natürlich auch zutiefst menschliche Probleme man könnte sagen feministische Probleme ist vielleicht falsch aber halt so Mutterthemen und das ist schon falsch in der Formulierung denn es sind da gleichzeitig auch menschliche das ist schon auch falsch also ich kann hier nur ein Fettnäffchen treten ich will sagen älterliche Themen vielleicht älterliche Themen genau meinetwegen das denn diese Mutter diese alleinerziehende Mutter die erlebt in diesem Haus mit ihren Kindern auch so ganz alltägliches sowas wie der Sohn macht sich nass braucht ein neues T-Shirt kriegt ein neues T-Shirt und kurz danach ist das T-Shirt wieder nass und das sind einfach Probleme und Situationen die kenne ich aus meinem Familienalltag natürlich auch und das finde ich toll Lisa schafft es hier Situationen in einem ja letztlich Mystery Comic zu packen die ich sehr gut nachvollziehen kann und dem Ganzen aber auch Facetten zu geben die auch Spielraum für Interpretationen geben das ist natürlich zum einen dieses große Mystery Ding auf das wir sicherlich nochmal gleich zu sprechen kommen werden und auch die Frage wofür das eigentlich steht als eben auch die Frage okay sie ist ja in einer Drucksituation diese Mutter sie hat ja ganz viele Rollen gleichzeitig zu erfüllen diese Rolle der Mutter die Rolle der kreativen Person die davon aber auch gleichzeitig leben muss wie funktioniert dann wenn man so will die Flucht in diese musikalische Welt in dem Fall wie ist das dargestellt und das ist eben auch toll dass sie es schafft hier in ihrem Artwork die Lisa so zu arbeiten dass das hier einfach wirklich immer wieder Highlights sind die sie setzt und das war ein Comic an dem ich viel Gutes finden konnte das war mein erster Eindruck dazu wie sieht es bei dir aus Andy es ist ein Comic den ich nicht besprechen kann ohne auch über die Form der Präsentation zu sprechen eben dieses diese Webcomic Episoden die quasi mit dem Infinite Canvas arbeiten die also gescrollt werden die von oben nach unten gelesen werden wo Bild unter Bild gesitzt ist die Bilder in unterschiedlichen Größen und unterschiedlich positioniert auf dem Bildschirm aber eben nicht als als Buchseite montiert sind das ist etwas was nicht meiner Lesegewohnheit entspricht was ich nur wenig gemacht habe wo ich also was für mich auch wirklich was was anderes ist es ist jetzt nicht komplett ein anderes Medium aber es ist schon irgendwie was was anderes als was mein als mein normales Comic Lesen ist und das hat mich auch vor gewisser Vorausforderungen gestellt also zeichnerisch finde ich den Comic gut ich glaube auch dass der eine interessante Geschichte erzählt ich finde es spannend dass du es Mystery nennst wäre mir nicht in den Sinn gekommen das eine Mystery Geschichte zu nennen ich sehe das auch mehr wirklich so auf der auf der Trauma Verarbeitung Seite mit surrealistischen Elementen also dann doch eher Slice of Life geht vielleicht in die Richtung trifft es glaube ich auch nicht ganz zumindest aus meiner Lesung der Geschichte aber finde ich interessant dass du das als Mystery gelesen hast ich habe ein paar Schwierigkeiten mit dem Comic gehabt die vielleicht an der Präsentationsform liegen mir sind manche Sachen unverständlich gewesen nicht klar gewesen es waren Sprünge in der Geschichte die ich nicht nachvollziehen konnte wo ich mich gefragt habe ob da jetzt Bilder fehlen oder ob da Sachen in der falschen Reihenfolge mir präsentiert werden oder ob ich einfach zu dumm bin der Geschichte an der Stelle zu folgen aber es waren so zwei ein zwei drei Stellen wo das so war also dann eben auch nicht durchgängig was mich dann auch raus ich habe den Comic dann noch zweimal gelesen um es nochmal mir aufzufrischen auch direkt der Einstieg gleich die allerersten Bilder haben es mir schwer gemacht weil ich die falsche Figur als Hauptfigur interpretiert habe so wie der Einstieg in die Geschichte war dachte ich es geht um die Tochter und dann wird ja doch die Mutter eigentlich zur Protagonistin der Geschichte die Darstellung der Mutter hat es mir auch nicht leicht gemacht ich habe durchaus verstanden so die die Schwierigkeiten die Traumata die hier verarbeitet werden trotzdem habe ich nicht viel Zugang zu dieser Figur gefunden ich kenne jetzt die Situation auch nicht ich bin weder Vater noch Mutter also von daher ist das nichts wo ich persönliche Erfahrung mit an die Geschichte herantragen könnte in dem Sinne also ich habe Schwierigkeiten gehabt da so richtig Zugang zu finden sowohl auf der erzählerischen Ebene als auch auf der Formebene vertreten weil ich mich auch dieses durchscrollen doch sehr verleitet hat auch schnell zu lesen und ich doch sehr wenig Zeit mit den einzelnen Bildern verbringe und ich finde auf einer gedruckten Comic Seite selbst wenn ich natürlich auf ein bestimmtes Bild fokussiere wenn ich dort entsprechend Text lese oder mir Zeichnungen anschaue verbringe ich trotzdem Zeit auch mit all den Bildern die drumherum sind und nehme die zumindest peripher auch wahr und hier jetzt ich habe es auf dem Tablet gelesen für das Telefon war es zu klein also ich habe es erst auf dem Telefon mal aufgemacht den Link den du geschickt hast und habe festgestellt da kann ich den Text nicht lesen das ist zu klein habe es dann auf dem Tablet gelesen also mehr als drei Bilder habe ich nicht gleichzeitig auf dem Bildschirm und wenn ich weiter scrolle ist es halt selten dass wirklich mehr als ein Bild wirklich auch komplett auf dem Bildschirm ist und mir kam es dann so vor wie wenn ich so ein Spielkarten set in der Hand habe und dann immer so die vordere Karte lese und die dann nach hinten stecke und dann sehe ich die noch so kurz verschwinden und dann sehe ich wieder die vordere Karte lese die und nehme wieder die nächste nach hinten und das ist nicht das was ich persönlich an Comic gut finde oder was was mir was mich anspricht ist dann wirklich eben auch Seitengestaltung und dann auch das Sequenzielle und so und auch das was ich eben gewohnt bin also von daher bin ich vielleicht auch der falsche Rezensent um da jetzt zu stark irgendwie diese Präsentation der Geschichte auch kritisieren zu können also ich habe spannende und interessante Teile gesehen habe aber auch verschiedene Zugangsschwierigkeiten zu der ganzen Geschichte gehabt ja okay es waren verschiedene Punkte wie ist dein Eindruck gewesen ja also ich bin nicht Mutter aber Vater hatte aber mit dem Zugang etwas anderes Problem ich hatte diesen Klappentext quasi den du eben vorgelesen hast vorher nicht gelesen sondern habe mir einfach die erste Episode angeguckt und da wird es oder vielleicht habe ich es überlesen da wird es ja nicht näher besprochen ich dachte okay das ist vermutlich ein lesbisches Pärchen mit einem Sohn und die gehen auf eine Insel und das wird jetzt so Slice of Life mäßig glücklicherweise da bin ich dann irgendwann wieder rausgekommen und habe dann gemerkt irgendwas passt jetzt nicht so ganz zueinander und da habe ich zum Ende durch halte wahrscheinlich eher nicht weil es jetzt nicht so mein Ding ist aber als es dann anfing merkwürdig zu werden hat es mich dann doch bekommen weil ich diese ja dieses was du als übernatürliches Element empfindest was ich auch eher als metaphorisch empfunden habe doch ganz interessant war ich habe mir halt Gedanken gemacht was was könnte da gemeint sein also ich hätte mir jetzt vorgestellt also es geht ja ganz offensichtlich darum dass die Mutter auch Probleme hat mit ihrer Situation und sich flüchtet und ja in was flüchtet sie sich jetzt ist es jetzt nur ein Ding in ihrem Kopf geht es um Alkohol geht es um Drogen geht es um Tabletten um Depression was auch immer also das hat für mich sehr viele Möglichkeiten gegeben da Sachen zu interpretieren und dadurch fand ich es sehr gut Patrick hast du schon mal sowas in der Art gelesen gelesen ja aber ich hatte hier auch so ein bisschen meine Zugangsschwierigkeiten auch wenn ich sage ich finde das cool wie sie mit wenigen Strichen teilweise schön Emotionen erzeugt aber mich hat es halt auch so ein bisschen erst ab dem äh Mystery Part gepackt und da habe ich dann auch so meine eigene Interpretation gehabt ich fand sogar vielleicht war dem ganzen so ein bisschen zu sehr im Weg dass es auch so ein halber gefühlter artzi fazi Kunst Comic ist dass das Ganze für mich so ein bisschen ungreifbar gemacht hat aber ab und zu ist dann schon was durch gekommen aber ich bin genauso wenig wie der Theken Andi halt Elternteil deswegen hat mich das vielleicht da in der Hinsicht nicht so ganz mitgenommen auch wenn ich die Probleme dann natürlich schon verstanden habe aber es war halt für mich auch so ein bisschen so Mystery ich verstehe wieso es gut ist aber mich hat es halt nicht wirklich zu 100% erwischt das Ganze vielleicht nochmal zur Einordnung um hier dann auch klar zu machen worum es eigentlich geht also das Ganze ist im Rahmen von einem Webtoon Projekt namens Scroll Down to Proceed das vom Goethe-Institut durchgeführt worden ist hier gibt insgesamt vier KünstlerInnen und das Ganze dient dem Austausch zwischen zwei deutschen und südkoreanischen Comic ZeichnerInnen und ja ich könnte jetzt hier namentlich nennen aber darum soll es mal nicht gehen und dann wird das Ganze während der Erschaffung dieser Dinger miteinander ausgetauscht und ihr Projekt war das erste von vieren das auch jetzt Tapas veröffentlicht wurde es gibt glaube ich 13 Episoden dazu und bei Tapas ist üblich dass dann jede Woche oder ich glaube zweimal in der Woche hat sie in dem Fall eine Episode veröffentlicht das Ganze auch kommentiert werden kann ich sag mal so da ist auf jeden Fall noch Möglichkeit für euch mit der Künstlerin in Interaktion zu treten und man sieht es schon im Cover und auch das habe ich jetzt hier an der Stelle auch vorbereitet das seht ihr wenn ihr gerade einen podcatcher benutzt oder das Ganze auf YouTube seht dass sie in ihre Parallelwelt so eintritt und das Ganze ist natürlich auch geformt wie zwei Schamlippen also tritt quasi in die Vulva ein und so also es ist schon sehr on the nose mit welchen Absichten das Ganze hier auch geschrieben worden ist weil es natürlich irgendwie auch ganz klar weibliche Perspektiven aufzeigen soll weibliche Lebensumstände das ist auch cool und das sehe ich persönlich nicht so oft in der Form ich meine ich weiß noch nicht ob ich jemals eine Geschichte von einer alleinerziehenden Mutter gelesen habe und da rede ich nicht von dem den ich eben gerade hatte den Vogelschiss wo das ja nur eine Randerscheinung war sondern letztlich ja das irgendwie auch das Kernthema ist diese Rollen die sie erfüllen muss und so das finde ich alles ganz toll ja und mit Mystery was ich hier als Mystery bezeichne ist ja dieses Eintreten in die Parallelwelt und spätestens dann wenn auch ihre Kinder in diese Parallelwelt eintreten sehe ich da durchaus irgendwelche Mystery Aspekte die natürlich aber auch einladen das Ganze zu interpretieren in Punkte die der Andi jetzt schon noch angesprochen hatte wie eben eventuell Drogen und Alkohol Missbrauch und falls es nicht der Fall sein sollte dann zumindest irgendeine Darstellung von psychischem Druck und Stress und das habe ich persönlich in der Form noch nicht gesehen ich habe das eher so interpretiert dass sie sowas wie so eine Art Freiraum gesucht hat um mal runter zu kommen und dann sind ihre Kinder auch da eingedrungen und dass das dann irgendwie so ein Stück weit fertig gemacht hat am Schluss kommt sie ja quasi zweigeteilt aus diesem Vulva Portal wieder raus also ich sehe es auf jeden Fall auch mit dem psychischen Druck mit Trauma angesprochen habe du hast ja erwähnt sie ist ja zum einen natürlich Mutter zum anderen dann eben auch noch Arbeitende Kreative sie ist auch Tochter es gibt ja auch ein Telefonat mit ihrer Mutter das auch nicht so glücklich verläuft und für mich war diese Parallelwelt diese surrealistische Anteile in der Geschichte auch mehr so eine Interpretation des Innenlebens ähnlich wie es der Breeds auch beschrieben hat eher auf der metaphorischen Ebene nicht wirklich auf einer realen Ebene dass das eine echte parallele Welt wäre also nicht so Science Fiction Anteile oder so sondern wirklich eine künstlerische Interpretation einer Welt die nicht auf realistische Weise darstellbar ist es eben wirklich mehr ums Innenleben geht in der sie dann da diese Zweite her sich ja quasi auch zerreißt weil sie sich nicht für eins entscheiden will und kann entweder für die Kinder oder für die auch Selbstverwirklichung in der eigenen kreativen Arbeit das ist auch etwas was man der Figur je nachdem wie man so drauf ist vielleicht Lebewesen ich bin nicht nur als Mutter definiert und ich habe auch eigene Bedürfnisse und will mich eben auch kreativ ausleben das ist das was ich kann das ist das was mich erfüllt aber habe eben auch die Kinder die sich dann nicht immer zu 100% damit vereinen lassen und ich gebe aber nicht auf und werde nicht sagen ich vernachlässige eins von beiden wie gut es dann am Ende klappt in der Geschichte kann ich jetzt gar nicht so auch interpretieren oder nicht sagen also ich glaube das sind so die Elemente die drin sind in der Geschichte aber wie gesagt also für mich ich bräuchte wahrscheinlich auch noch mehr Zeit also ich müsste noch mehr Zeit reinstecken und noch über so ein paar andere Sachen gucken eben wie gesagt so Sprünge in der Geschichte die drin waren das ist dann auch wirklich so dieses Ding wenn man es elektronisch liest wo ich mich gefragt hat der Bildschirm nicht richtig geladen ich lade noch mal neu da sind immer noch keine Bilder da ist immer noch großer weißer Fleck und ich gucke rüber und dann irgendwie ist da so ein komischer Sprung drin ich eben schwer gemacht da so richtig gefangen zu sein in der Geschichte ich muss ja sagen was für mich etwas besser funktioniert hätte wenn das alles in einer Episode gegangen wäre also wenn ich da nicht jedes Mal dann gehst du wieder auf zurück dann lädt das neu gehst in die nächste Datei rein und da hätte mir das besser gefallen man hätte das wirklich an einem Stück zusammen montiert auch wenn ich natürlich weiß dass es sequenziell erschienen ist und daher das her wird dass das die einzelnen 15 Episoden sind also in der Version wie ich es gelesen habe habe ich dann aber auch erst entdeckt gab es rechts unten die Möglichkeit dass man immer einfach auf so einen Pfeil klickt zur nächsten Episode also dass man nicht zurück ins Menü gehen muss um dann die zweite Episode anzuklicken sondern da gab es so ein so ein vorwärts und rückwärts Pfeile dass man nach vorne und hinten springen konnte ja aber ich habe so einen schönen Blocker für alle möglichen Skripte drin und da wird das wahrscheinlich nicht dargestellt gewesen sein es kann sein aber ich hätte es gerne an einem Stück dass ich wirklich von oben nach unten ohne irgendwelche Pfeile einfach durchscrollen oder im besten Fall mit dem Mausrad halt das macht ja auch viel aus von der Lesegewohnheit was ich aber noch hervorheben möchte was mir sehr gut gefallen hat war die Darstellung von Musik sie ist ja Künstlerin also Keyboarderin und versucht dann Melodien zu entwickeln und wie Musik die ihr gut gelungen ist und wie Musik die ihr aus unterschiedlichen Gründen dann nicht mehr so gut gelingt dargestellt wird das fand ich spannend da stimme ich zu das ist aber auch das was mir tatsächlich am Anfang den Einstieg direkt schwer gemacht hat es geht ja erst mit diesen Farbverläufen los die sich dann zu Haaren bilden und dann sehe ich diese weibliche Figur mit diesen langen farbigen Haaren und dann sehe ich das Bild von den drei Figuren auf dem Boot und eine davon hat längere Haare und das ist die Tochter und dieser Sprung von dieser Einzelfigur mit den langen Haaren auf dieses Gruppenbild auf dieser Fähre hat mich dann glauben lassen dass die Figur mit den farbigen Haaren dass das die Tochterfigur ist und dann im Verlauf habe ich dann auch gemerkt dass das dem gar nicht so ist sondern dass das eigentlich die Mutterfigur ist also das fand ich da nicht elegant als Einstieg alles klar ich glaube da haben wir uns jetzt ganz gut über A Fraction of Time unterhalten das ist sicherlich was was man auf vielen Ebenen für sich neu entdecken kann sowohl thematisch als auch technisch und ob die Umsetzung immer so im Detail geglückt ist ist vielleicht auch von den Lesegewohnheiten abhängig ich finde es aber toll dass wir heute hier an der Stelle mal diesen Austausch zu viert hatten zu was was wir alle vier gelesen hatten und würde mich auch mal sehr über das Feedback unserer Hörenden freuen was die davon halten ob die das gut finden ob ihr vielleicht Vorschläge habt was wir alle vier mal lesen sollten gern was was man irgendwo vielleicht im Netz oder sonst wo kriegen kann oder vielleicht ein Klassiker der nicht zu dick ist den man vielleicht in Bibliotheken bekommt oder so wenn ihr da Ideen habt meldet euch doch gern mal bei uns gut damit wie immer vielen Dank in die Runde vielen Dank fürs Mitsprechen vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns voraussichtlich in etwa einem Monat wieder mit der nächsten Folge Comic Cookies und weiteren spannenden Themen ich sage Adieu macht's gut bis zum nächsten Mal bis dann wir sehen uns auf Signal und Telegram Tschaui Tschau 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 Go, go, go.